Das Meer hat immer recht, heißt es in der mittlerweile dritten Folge von Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht auf Amazon. Und ja, ob die Folge damit recht behält oder nicht, finden wir vielleicht hier heraus in unserem dritten Recap zu der Serie. Und dabei begrüße ich einmal mehr und diesmal nicht den Christopher, sondern den Lasse. Hallo. Und jemand, der hier uns als Gast heute beiwohnen wird. Sie war auch schon sowohl bei House of the Dragon zuletzt als auch bei Obi-Wan. Eine Serie hat sie, glaube ich, zu Ende gesehen. Die andere, ob sie sie weitergesehen hat, werden wir vielleicht noch erfahren. Auf jeden Fall herzlich willkommen, Britt-Marie. Hallo. Ja, oder Megowannen, wie es bei den Elben heißt. Ja, kleiner Gruß bzw. nochmal ein Hinweis auch natürlich zu Christopher. Der hat sich ja, wie die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen von euch sich vielleicht noch erinnern, sich letzte Woche nach der zweiten Folge verabschiedet. Und darum herzliche Grüße an ihn. Und deswegen ist der Lasse jetzt tatsächlich fest hier mit am Start und wird mich unterstützen. Jo. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir das weiter mit wechselnden Gästen machen oder vielleicht auch mal im Doppel. Je nachdem wird es sich dann ergeben. Allerdings sehr schön, dass du hier bist, Britt-Marie. Du wirst natürlich auch die ersten beiden Folgen letzte Woche gesehen haben. Das war ja direkt die doppelte Packung. Wie hat es dir denn so gefallen? Ich traue mich ja kaum, was Positives zu sagen. Achso, das weißt du ja gar nicht, weil ich war nämlich auch bisher sehr positiv eingestellt. Okay, grundsätzlich war ich ganz gut unterhalten. Ich finde, ein Teil der Figuren ist noch ein bisschen sehr blass und ich finde auch, dass das Worldbuilding sehr, sehr langsam vonstatten geht. Wir werden sehen, ob das jetzt mit Folge 3 anzieht. Aber so insgesamt hat es dir schon gefallen? Ja, insgesamt war ich gut unterhalten. Ich habe jetzt keine Riesenkritiken gehabt, nein. Vielleicht müssen wir dich auch noch so ein bisschen festzuchen, wie du generell so zu Herr der Ringe stehst, ganz kurz. Also du meintest schon im Vorgespräch, dass du jetzt auch nicht so in der Lore drin bist, aber die Filme hast du wahrscheinlich alle gesehen, ne? Ja, natürlich. Ja, also ich meinte jetzt wirklich so Deep Lore. Ich habe, meine Mutter hat mir mit 16 einfach auf Anraten der Buchhändlerin in der Buchhandlung das Buch gekauft und geschenkt zum Geburtstag und seitdem lese ich das semi-regelmäßig immer wieder. Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich das einmal im Jahr lese, wie der eine oder andere, aber so alle zwei Jahre gut wird es schon gelesen. Das heißt, da kenne ich mich schon ein bisschen aus. Jetzt habe ich es länger schon wieder nicht mehr gelesen. Und die Filme kenne ich alle. Ja, also ein bisschen kenne ich mich aus. So ist es nicht. Aber mit Lesen meinst du jetzt dann wirklich nur die Ring-Trilogie, nicht jetzt das andere Lore-Zeugs, also Silmarillion etc.? Das war mein Großprojekt. Ich habe im Februar angefangen, das Silmarillion zu lesen. Oh, war ja. Und mein Großprojekt war, also ich habe das Silmarillion bestimmt schon fünf oder sechs Mal angefangen und habe es dann aber immer relativ früh abgebrochen, weil es mir einfach zu zäh war. Und das war gar nicht inhaltlich, sondern einfach vom Stil her. Und dann habe ich gedacht, gut, mein Großprojekt ist, im September kommt die Serie, jetzt haben wir Februar, bis dahin werden wir es doch hinkriegen, das Silmarillion zu lesen. Und ich habe es nicht hingekriegt. Tito, ja. Bin aber weitergekommen, als ich jemals gekommen bin. Deswegen bleibe ich jetzt dran. Und mein Plan B war dann auch, eigentlich bevor die Serie gestartet ist, das hat dann auch nicht ganz geklappt vom Timing her, aber mein Plan B war dann eben Hörbuch, weil das kann ich schon gut nebenbei, wenn ich andere Dinge mache, hören. Und das heißt, ich höre das Silmarillion jetzt oder den Rest des Silmarillion jetzt als Hörbuch. Ja, in der Hinsicht hat mich Amazon schon am Haken, weil ich habe mir deswegen tatsächlich Prime gebucht. Und aus irgendeinem Grund, also das ist jetzt bestimmt schon das dritte oder vierte Mal, dass ich diesen berühmt-berüchtigten Probemonat bekomme. Keine Ahnung, warum. Vielleicht lasse ich immer genug Zeit dazwischen. Dadurch habe ich mir dann jetzt auch über Audible, über so ein Startguthaben tatsächlich auch dann das Hörbuch geholt, was ja niemand geringerer vorliest als Achim Höppner, der ja mittlerweile verstorben ist, der Gandalf-Sprecher in der ersten Trilogie. Also in der zweiten war es ja dann nicht mehr, weil er dann ja zwischendurch verstorben war. Aber man kann es, glaube ich, schlechter treffen, als dass einem Gandalf himself das Silmarillion vorliest. Ja, ich höre tatsächlich auch die deutsche Version, die hatte ich nämlich da. Und es ist schon toll mit der Stimme. Ja, großartig. Das ist schon toll. Der hat Geschichte in der Stimme einfach. Das passt großartig in dieses Universum. Und wenn, dann stellst du dir einfach vor, dass Gandalf dir alles erzählt. Also das ist fantastisch, wirklich. Also kann ich auch nochmal jedem empfehlen. Ja, jedenfalls sind wir jetzt schon bei Folge 3. Nächste Woche sind wir schon auf der Hälfte der Serie. Das geht echt wahnsinnig fix, ne? Nicht fix genug, weil ich will das, also nicht in dem Sinne, dass, oh Gott, ich will, dass es vorbei ist. Ich möchte halt so gerne den Rest sehen, möglichst schnell. Ja, es sind ja jetzt auch schon wirklich einige Stimmen online seit dem Start. Also es hat ja wirklich schon ein Review-Bombing bei Amazon gegeben. Und zwar auch so krass wohl, dass Amazon ja wirklich, ich glaube, drei Tage in Folge die Kundenrezension zu der Serie komplett deaktiviert hat. Das ist ja auch durchaus nicht unumstritten, aber natürlich auch ein sehr harter Schritt, ne? Irgendwo. Die Welle des Hasses, muss man leider sagen, im Internet ist schon sehr, sehr extrem. Und deshalb ist es auch durchaus positiv hervorzuheben, dass auch welche vom alten Cast, also hier die ganzen vier Hobbits Elijah Wood und Co., dass sie sich bereits mit den insbesondere diversen Schauspielern hier und Schauspielerinnen natürlich auch solidarisiert haben. Ja, die senden eine eindeutige Botschaft. Die stehen zu dem allen sehr viel mehr und verteidigen das sehr viel mehr und wirkungsvoller, als dass die Leute hinter Star Wars gemacht haben mit bestimmten Schauspielerinnen in der Sequel-Trilogie. Ja, sie hatten da so ein bisschen Nachholbedarf und haben es ja zuletzt auch ein klein wenig eingelöst mit, also ganz ähnlich war es ja hier mit Obi-Wan. Ich glaube, da hatten wir auch drüber gesprochen, Britt-Marie. Da warst du auch im dritten Recap. Mein Gott, diese Zufälle. Ja, ich gehe davon aus, aber tatsächlich, dass bei Obi-Wan eine der treibenden Kräfte Ewan McGregor war. Der ist ja auch Produzent gewesen, ausführender Produzent der Serie. Genau. Und der hat sich sehr, sehr schnell und sehr zeitnah entsprechend geäußert. Und ich glaube, du weißt ja, der Kopf stinkt immer, wie sagt man, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Also ich glaube, wenn da einfach jemand aus der Bestimmer-Ecke sich entsprechend äußert, dann ist es für einen Cast auch leichter, entsprechend mitzuziehen. Durchaus. Ja, nee, würde ich mich anschließen. Also die haben ja jetzt auch, also man merkt, dass der Disney-Twitter-Account seit einiger Zeit anscheinend jemand Neuen am Ruder hat. Und dass derjenige wohl auch ein bisschen Ahnung von Social Media hat. Das ist ja schon mal positiv hervorzuheben, vielleicht auch. Insofern ist die Vorgehensweise von Amazon jetzt aber auch nicht unumstritten. Also natürlich gibt es da sehr, sehr viele Trolle. Man sieht es ja auch in der IMDb, dass es da eigentlich nur schwankt zwischen 10 von 10 und 1 von 10. Und gerade diese Seite ist ja auch berühmt, berüchtigt dafür, dass irgendwie ganze Voting-Turniere da förmlich abgehalten werden, um irgendwie Klassiker in den Boden zu voten und andere dann dafür nach oben. Da gab es da so eine Aktion mit der Pate und The Dark Knight Rises, glaube ich. Naja, wir widmen uns dann aber wirklich jetzt der dritten Folge, die da ganz simpel heißt Ada. Ist das ein Wort gewesen oder ein Name oder was auch immer, was euch was gesagt hat? Ich wusste gar nicht, wie die im Vorfeld heißt. Ich glaube, ich hatte da nicht so direkt drauf geachtet. Ein kleines bisschen Etikettenschwindel, weil es ist eher, Ada wird eher geteasert in dieser Folge. Das stimmt. Ja und nein, so ein bisschen. Das ist schon irgendwo ein Motiv, was sich so durch die Folge zieht. Britt-Marie, wie war es bei dir? Ich wusste, ich kannte das Wort und ich wusste auch, was es heißt. Ja, ist ja, also wenn man jetzt die Ring-Trilogie so im Kopf hat, das ist das, was hier Arwen immer wieder zu Elrond sagt, von wegen Schmiede das Schwert neu, Ada und so. Genau. Also Ada ist elbisch für Vater, das wird ja auch, glaube ich, hier nochmal erwähnt. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube nicht. Was ich interessant finde ist, wir haben ja jetzt hier vorwiegend und ich meine, jetzt sind wir, das ist schon wieder sehr detailreich, deswegen, ich will jetzt, nagelt mich da nicht drauf fest. Aber wir haben ja vorwiegend Quenya, was hier gesprochen wird, wenn elbig gesprochen wird. Wir sind ja in dem sprechenden Zeitalter, wo wir auch hauptsächlich mit Elben zu tun haben, die eben Quenya sprechen. Aber Ada ist natürlich das Sindarin-Wort für Vater. Genau. Und nicht das Quenya-Wort für Vater. Und ich frage mich, ob das nicht vielleicht auch dann entsprechend für die Zuordnung von einem vermeintlichen Ada als Charakter spannend sein könnte. Möglicherweise. Also es ist irgendwo ein verbindendes Element in dieser Folge. Das ist mir auch aufgefallen, als ich sie nochmal geguckt habe. Also ich gucke ja jede Folge wie bei anderen Serien jetzt auch. Ich gucke sie tatsächlich zweimal. Einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch. Und auf Deutsch kann ich daneben bei Notizen machen. Ja, Britt-Marie, ich hätte noch eine Frage an dich. Wie gefällt dir der Vorspann? Ich finde ihn tatsächlich gut. Ich finde es interessant, dass so viele Leute mit dem Vorspann Probleme haben. Ich finde ihn gut. Ich erkenne nicht alle Symbole, glaube ich. Aber ich fand die Idee halt nett, dass da eben die Ringe gezeigt werden und die entsprechenden, ja, wie gesagt, Symbole, Bäume und so weiter. Also mir gefällt das. Du findest ihn zu langweilig? Ja, was heißt so langweilig? Ich finde den einfach so ein bisschen verhalten. Und ich meine, es gibt ja verschiedenste Theorien darüber, was es jetzt sein soll. Also erzählt es irgendwie das erste Zeitalter nach oder erzählt es eventuell sogar die hier Ainu Nindale? Also hier die Musik der Ainu Nindale, praktisch sowas wie der lyrische Urknall in Tolkiens Welt. Also wo die Ainu Nindale für den Göttervater Ilúvatar die Welt ins Bewusstsein sangen sozusagen. Ja, das ist wirklich so bescheuert, wie es klingt. Es hat so ein bisschen was von diesen YouTube-Videos, wo Leute Dinge auf Lautsprecher legen und die dann, ja, so, dann so Sachen vibrieren lassen. Das könnte durchaus eine Anspielung sein auf dieses musikalische Loa-Zeug. Wobei ich ja tatsächlich diesen Schöpfungsmythos, du sagst, das klingt albern. Ich finde ja gerade diesen Schöpfungsmythos mit der Musik einen der schönsten Schöpfungsmythen, die ich kenne. Das ist, ich finde das gar nicht albern. Ich meine jetzt auch eher so, also ich an sich finde, finde das, also es ist, das Problem ist im Simmerillion, das liest sich alles schon wirklich nahezu biblisch. Natürlich, das ist ein Schöpfungsmythos. Das ist nicht jedermanns Sache. Also albern habe ich jetzt eher darauf bezogen, dass es albern klingt, wie ich es dir vielleicht erzähle. Ich bin der Letzte, der Tolki ihn albern nennt. Vielleicht ist aber es tatsächlich so simpel, dass es einfach eine Aneinanderreihung von Symbolen ist, von Bevölkerungsgruppen, Story-Elementen etc., die in der Serie einfach eine Rolle spielen. Also ich meine, klar, wir sehen die Ringe. Die Serie heißt Rings of Power. Es geht in erster Linie auch vermutlich um die Erschaffung der Ringe. Und dann haben wir die zwei Bäume, die natürlich klar Tag und Nacht, Sonne, Mond, aber vielleicht auch einfach der Hinweis auf die Noldor oder die Elben als Gruppe. Und ich habe, wie gesagt, ich habe nicht alle Symbole erkannt. Also vielleicht ist es einfach so simpel. Und dass du eben diese ganz vielen kleinen Teile hast, die sich zu größeren Bildern formen, das ist natürlich auch, ja, symbolisch sehr eindeutig eben. So ein bisschen auch wie Fellowship of the Rings. Du hast halt verschiedene Elemente, die zusammenkommen müssen, um eine Einheit, ein Ganzes zu formen. Vielleicht ist es so einfach. Ja, es ist, also ich, wie gesagt, ich finde es, ich finde es ganz nett. Ich finde es auch schön, dass es, das habe ich auch schon in der letzten Besprechung gesagt, dass es, es wirkt tatsächlich zumindest in Teilen Hand gemacht. Das hat man heutzutage auch nicht mehr so häufig. Aber es ist halt trotzdem so ein bisschen, ja, einfach so ein bisschen unterwältigend. Und vielleicht liegt es auch daran, dass ich da jetzt im Moment auch den direkten Vergleich habe zu House of the Dragon, wo ich das Intro an sich toll finde, aber sie halt alte Musik drüber gelegt haben. Aber das, das hattest du gar nicht gesehen, ne? Später dann erst genau. Als wir aufgenommen haben, gab es noch kein Intro. Ja. Falls du doch an der Serie dran bleibst, du darfst gern zum Staffel-Recap kommen. Aber dazu mehr in den Besprechungen zu House of the Dragon, die ich ja zusammen mit dem Kollegen Paul mache, beziehungsweise er, Paul mit mir, sehr gerne reinhören. So, und da machen wir jetzt einen Cut und springen aber auch wirklich in diese Folge rein. Ich muss jetzt tatsächlich auch überlegen, wie die letzte endete. Ich glaube, mit Galadriel. Also steigen wir nicht da ein, wo wir aufgehört haben, sondern bei jemandem, dem wir dann zum Ende der zweiten Folge eigentlich nur noch mal ganz kurz gesehen haben, wie er irgendwie durch irgendwelche Ork-Tunnel krauchte. Und zwar Arondir. Jo. Den kriegen wir jetzt hier wieder zu Gesicht. Der wird irgendwie, ich glaube, er wird so durch die Gegend geschleift. Auf jeden Fall ist da irgendwie so ein notdürftig errichtetes Baldachin oder so ein ganz großes, ne? Ja, ja, das ist das Lustige. Wir hatten am Ende der letzten Folge gar nicht spekuliert, was von ihm passiert. Einfach nur, oh, er ist jetzt weg. Weil ich hatte tatsächlich ein paar Theorien. Denn im Trailer hatte man ein, zwei Shots von ihm. Einmal so eins, wo er mit einer Axt irgendwo hinspringt und er hängt an der Kette. Und dann, wie er irgendeinem großen Tier ausweicht. Und das, wo er dem Tier ausweicht, das sah so ein bisschen arenamäßig aus. Und wo ich dachte, okay, er wird definitiv von Orks entführt. Und da dachte ich, verheizen ihn in irgendeiner Art Arena eventuell. Zum Spaß. Sie verheizen ihn schon, aber nicht als Kämpfer. Ja, ich muss ja zugeben, dass ich wirklich gedacht habe, dass wir ihn erst mal mindestens in der Folge nicht mehr sehen. Also, ich glaube, er war auch nicht im, ich kann mich irren, aber ich glaube, er war auch nicht im Trailer für diese Folge anzutreffen. Es gab ja auch die Theorie, so auf Basis dieser Arme, die sich da irgendwie nach ihm ausgestreckt haben, dass das auch ein End gewesen sein könnte, der ihn gerettet hat oder so. Oh, ach so. Ich hatte den Eindruck, dass er halt, dass es etwas Böses ist, was ihn da gefangen hat. Ja, ja, natürlich. Okay, weil meine Theorie war auch irgendwie, keine Ahnung, der kleinere Kassel von dem End oder so. Das hatte was davon irgendwie, ne? So diese Schlinge. Dadurch, dass er halt durch die Wurzeln reingezogen worden ist, sah das eben so aus, ja. Aber nee, er, also Lasse, damit ist ja deine Hoffnung bestätigt. Er landet bei den Orks und wir kriegen einige Orks zu sehen. Und da muss ich nochmal wirklich sagen, die gefallen mir. Oh, ich fand die Orks megacool in dieser Folge. Grandios, was wir mit denen gemacht haben. Wir haben ja ein paar Ausschnitte von ihnen gesehen in Trailern und Promomaterial. Und das ist größtenteils auch das, was wir hier bekommen. Allerdings natürlich ein bisschen detaillierter. Und eben auch, weil es gab, irgendjemand hatte darüber gemeckert, irgendwie, warum trägt dieser Ork einen Umhang, der irgendwie elbisch aussieht in gewissem Sinne. Und ich hab sofort gesagt, ey, das ist Beute und benutzen das zum Schutz vor der Sonne. Denn das ist das erste Mal in diesen Herr-der-Ringe-Verfilmungen, dass sie das so richtig sichtbar zum Thema machen, wirklich. Ja. Dass Orks die Sonne nicht so abkönnen. Weil es wurde so kurz erwähnt in den Herr-der-Ringe-Filmen an sich, aber nicht wirklich gezeigt. Und hier machen sie es überdeutlich, dass die, nö, die können es nicht ab und müssen sich extrem davor schützen. Und ich denke mal, das ist auch mit da der Grund, weil das sind vergleichsweise noch jüngere Orks, schätze ich mal. Und das sind ja definitiv auch keine Uruks, die dann später ein bisschen gefeiter vor all dem waren. Und ich glaube, in den Büchern wurde so beschrieben, oh, das macht deren Köpfe schwach und ihre Beine weich und so. Aber hier wirklich halt, die kriegen Verbrennungen und so. Also das ist fast so wie Vampire. Nicht so direkt, dass sie dann zu Staub zerfallen. Ja, und sie glitzern auch nicht. Ja, es tut ihnen halt, es tut ihnen definitiv nicht gut. Und es ist halt richtig cool, es ist nicht nur halt, nicht nur irgendwelche elbischen Umhänge, da gibt es auch einige elbische Helme, die sie tragen, sondern es sah auch teilweise aus wie irgendwelche Schlangenhäute oder sonst da wie. Also es ist schon richtig cool. Schöne Details, ja. Das ist nämlich auch was, was mir aufgefallen ist, diese Knochenhelme, die sie tragen. Also sie sehen ja aus wie Tierschädel, die sie da entsprechend umfunktioniert haben. Also das fand ich erst ein bisschen befremdlich tatsächlich. Aber dann im Zusammenhang mit der Sonne ergab das ja auch wieder Sinn. Und na gut, die Urukai sind halt natürlich absichtlich so gezüchtet, dass die Sonne ihnen nichts ausmacht. Genau, ja, richtig. Deswegen spielt es ja dann keine Rolle eigentlich, keine größere Herr der Ringe. Die sind ja extra dafür gezüchtet von Saruman. Also die sind mit Bilvis-Menschen gekreuzigt. Die sind mit Menschen gekreuzt. Wahrscheinlich dann aus dem Dunland, die ja dann auch für Saruman da Brandschatzen in Rohan dann später. Die sind da extra darauf ausgerichtet. Und es wird dann auch nochmal im dritten Herr der Ringe, kurz bevor die Minas Tirith angreifen, allerdings natürlich nur in Extended Cut, aber wer guckt was anderes als in Extended Cut. Da heißt es dann auch, dass Sauron irgendwie so ein Brodem vom Schicksalsberg schickt, um den Himmel zu verdunkeln und den Orks dadurch den Weg in die Schlacht zu erleichtern. Also es ist vielleicht auch, also in den Filmen wurde es nicht so dargestellt wie hier, dass deren Haut förmlich brennt. Und ich denke auch mal, dass es auch Orks gibt, die das aushalten können, aber es geht darum, also die haben alle eins gemeinsam, die hassen das Sonnenlicht. Oh ja, die sind, wie wir kriegen ein bisschen Dialog mit, wobei ich hatte Sonnendienst gerade und so was. Genau, Sonnendienst. Ja, die sind, die finden das Kacke. Die sehen teilweise aus wie der Predator in Prey mit diesen Knochenmasken. Es hat schon was irgendwie, ja. Wir sind, und auf jeden Fall ketten sie Aron die an. Er sieht fertig aus, die haben den ordentlich zugerichtet, er ist geschwächt. Und dann erkennen wir, wir sehen auf jeden Fall auch kurz, oh, die haben dort Menschen gefangen, aber nicht nur Menschen, die haben anscheinend auch seine gesamte Elbentruppe gefangen genommen. Ja, da habe ich mich gefragt, wie kommen die denn jetzt bitte dahin? Also ich denke, weil das Ding ist halt, wir haben sie ja nicht irgendwie weg auseinander gehen sehen. Ja. Und es ist so ein bisschen halt, wo wir uns das so mit dazu denken müssen, oh, die haben die in irgendeiner Form abgefangen, war jetzt auch nicht dann super weit weg. Und man sieht ja auch, die Orks sind ja schon näher rangekommen, weil da einer unter den Dielen war in dem Dorf, über das Aron dir gewacht hat. Also es ist keine Form der Unmöglichkeit, dass sie dann auch entsprechend überrascht wurden. Was auch einiges aussagt über diese Elben an sich, weil der Feind ist ja schon länger nicht mehr da. Die Elben, die so in diesen Landen unterwegs sind, sind allgemein nicht mehr allzu kampferprobt. Und entsprechend wahrscheinlich noch, oh, wir können nach Hause, waren sie unvorsichtiger. Und natürlich, sie sind ja auch so ein bisschen arrogant, dies und das. Also, dass sie sich überraschen lassen. Ich finde, das vermenschlicht die Elben auf eine gewisse. Also ich mag es, dass sie so ein bisschen, dass sie halt nicht als so Übermenschen dargestellt werden, immer. Ja, das ist da, da habe ich eher Probleme mit. Ich habe Elben halt noch nie in so einer Situation gesehen. Und das war irgendwie, weil was Neues. Ja, das stimmt natürlich, klar. Also die haben nicht so dieses Überhöhte. Auf der anderen Seite sind sie mir tatsächlich zu ähnlich zu den Menschen in der Serie. Aber das eher insgesamt. Ich meine, wir dürfen halt nicht vergessen, wir befinden uns de facto auch tausend Jahre vor dem Herrn der Ringe. Also tausend Jahre ist eine lange Zeit. Ja, sogar noch, sogar noch weiter. Sechstausend Jahre vor Frodo. Okay, da habe ich mich irgendwie, auf jeden Fall lange, wir befinden uns lange vor dem Herrn der Ringe. Ja. Und ich fand das tatsächlich aber etwas problematisch. Ich möchte meine Elben arrogant, schön, stark und übermenschlich. Nicht langhause. Ein bisschen wenigstens. Ein bisschen. Das ist eine andere Diskussion. Okay. Aber ein bisschen wenigstens. Grundsätzlich finde ich ja, was Lasse sagt, finde ich schon richtig. Es ist mal was Neues, wir kriegen mal einen anderen Blickwinkel. Aber ein bisschen mehr Kompetenz hätte ich mir schon gewünscht. Die waren mir ein bisschen zu hilflos in dieser Situation. Zumindest die anderen. Aron Dier ist ja dann so ein bisschen gehüpft und auch über die Kette gerannt und so. Tun auch andere dann, ja. Ja, aber irgendwie, also ein Tick mehr Kompetenz wäre schöner gewesen, finde ich. Was man noch anmerken kann, das habe ich, das muss man ja sagen, es ist ja durchaus das Schöne bei Amazon, dass man halt diese X-Ray-Funktion hat. Und einer dieser Orks, also ich nehme an, das ist ein Ork gewesen mit Namen Wrath. Äh, Lasse, weißt du, von wem der gespielt wurde? Nee, ich habe nicht nachgeschaut. Von Jet Brophy. Uh, 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 uh. Ja. Eine schöne Verbindung. Wem, wem das jetzt nichts sagt, das ist einer der Zwergendarsteller aus dem Hobbit. Und der ist schon übelst lange sowieso, ähm, doch, doch in den Rängen von Peter Jackson, oder? Ist ja nicht schon irgendwie, ist das nicht der, der schon ewig da immer schon mitgemacht hat? Auch in der Herr der Ringe Trilogie, der war da auch schon verschiedene Orks und andere Soldaten. Ja. Der war auch in Peter Jacksons anderen Film. Und er war dann Nori im Hobbit. Der Typ mit dieser, ähm, äh, seesternartigen Frisur. Frisur, ja, ja. Genau, richtig. Aber vielleicht wird es, äh, vielleicht werden die Orks die neuen Stormtrooper. Jeder darf mal, keiner wird erkannt und, äh, ich war im Herr der Ringe. Ich war in Rings of Power, ja. Ja, das wäre, das wäre irgendwie witzig. Ja, und definitiv ist ich hier mehr, wäre dann hier mehr Arbeit von Nöten. Make-up ist, äh, exzellent. Ja, die, die Masken, muss ich sagen, die gefallen mir wirklich, wirklich gut. Also, die sehen aus wie zu alten Zeiten, haben aber trotzdem irgendwie eine gewisse eigene Note. Vor allem dieser, äh, Wrath, der hat eine unglaublich, der hat eine sehr, 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 sehr platte Nase, ist mir aufgefallen, dieser Ork. Ja, die sind alle, die sind, es gibt definitiv noch was Eigenes bei denen. Es ist dann nicht hundertprozentig wie, weil, das ist, das, das Ding ist halt, wir haben gewisse Vorstellungen, die Orks sind, wir haben ja auch verschiedene Orks gesehen über die, über die Jahre. Ja. Auch halt im Sinne von halt, äh, World of Warcraft und gewisse andere Parodien, wo sie dann aber auch so ähnlich aussahen. Es gab ja diesen einen Film, ähm, Orks hieß der, wo die, äh, so, so, äh, irgendwelchen, ähm, Waldpark-Rangern in der Moderne begegnen. Okay. Und, 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 und da verarschen die so ein bisschen diese, diese Spurlese, ähm, Szene aus die zwei Türme. Also, das ist so ein dummer, das ist so ein dummer Trash-Film, aber da waren die Orks definitiv halt ähnlich gestaltet. Aber, ja, das sind, das sind coole Orks hier. Also, ich find's auch schön, dass es keine grüne Orks sind. Es sind, es sind größtenteils weiße, was dann vielleicht auch nochmal so die, die Empfindlichkeit gegenüber der Sonne vielleicht nochmal ein bisschen hervorhebt, ne? Fand ich, fand ich toll. Ja, eben auch, dass sie sich ja ewig halt, äh, verborgen gehalten haben und da waren sie wahrscheinlich größtenteils Untergrund. Und dann, dann passiert das eben. Ja, sie sehen halt aus wie, ähm, eklige Höhlenbewohner. Ja. Ja, sie erinnern noch mit am meisten an die Orks, die es in den Stollen gab in, im, im Hobbit, ne? Also unter, unter, hier die, die, die Orkstadt. Die waren ja auch ziemlich weiß. Die waren, ja, die, ja, die waren, die waren, die hatten definitiv etwas bleichere Hautfarbe, genau. Ja, aber was machen die Orks hier? Äh, die treiben größtenteils die Gefangenen an, die da irgendwas ausgraben. Beziehungsweise, die graben ja nicht nur aus, die graben ja auch die Gänge, oder? So habe ich das doch verstanden. Genau. Ja, die graben so einen längeren Gang. Ja, das, das, das meine ich ja. Also die werden dann da angepeitscht, äh, so ein bisschen wie man das eigentlich auch kennt aus, äh, Szenen in, in Mordor im, äh, dritten Peter-Jackson-Film. Und ich muss einfach nochmal sagen, ich finde es sehr toll, wie das Licht hier eingesetzt wird in dieser Szene. Also wie die wirklich diesen, also die, die haben ja irgendwie so ein, so ein, ich nenne es jetzt einfach nochmal Baldachin, weil mir nichts Besseres einfällt. Ist es aber, glaube ich, auch irgendwo. Naja, oder wie so eine Zeltplane, oder? Genau, genau. Das, das ist so notdürftig zusammengebaut und darunter können sich ja nur die Orks bewegen. Also die können ja nicht darunter weg, weil da ja dann das Sonnenlicht ist und da ja dann die, die versklavten Elben und was weiß ich für die schuften müssen. Und da die Menschen auch und man denkt sich ja, das sind die Menschen, die sie aus diesem Dorf da geholt haben, garantiert. Ja, richtig, richtig, genau. Äh, nee, also ich, ich, ich fand es einfach toll, wie dieses Licht durch diesen, durch diese Planer einfach geht. Das war, das war toll inszeniert, fand ich. Außerdem eben wieder etwas aus dem Canon allgemein, weil, ähm, das ist etwas, was die, was die Orks in den Büchern tun. Die nehmen sich gefangen aus anderen Völkern, lassen sie für sie schuften. Das ist auch etwas, was wir in den Filmen bisher nicht gesehen haben, wirklich. Und das holt die Serie hier ein bisschen nach. Und was an dem Licht natürlich auch noch interessant war, du hast halt natürlich diese ganze Goldfarbe, die ja eigentlich eher mit Elben assoziiert wird, also mit dem Positiven statt mit dem Negativen. Das ist mir nämlich auch aufgefallen, gleich beim ersten Shot, wo ich dachte, ach guck. Das hat schon was, ne? Ja, oder auch, also die Blätter oder was weiß ich, diese, das, das Blätterwerk, was sie wahrscheinlich dafür verwendet haben, das dürfte ja dann eventuell auch von solchen Bäumen stammen, ne? Ja, dann haben wir aber relativ fix eine Überleitung zu Galadriel, äh, die wir ja zuletzt irgendwie schiffbrüchig zusammen mit Halbrand erlebt hatten. Und, äh, sie ist jetzt nicht mehr neben dem Schiff, sondern auf dem Schiff und hat auch eine andere Kleidung an und, äh, Halbrand ist auch noch da. Äh, sie erwacht dann so ein bisschen ruckartig, ne? Die hat keine andere Kleidung an, die hat doch dieses... Nee, sie hat immer noch ihr altes, ihr altes Gewand trägt, sie immer noch, sie sitzt bloß trocken. Sie hat nur so einen Schal über die Schultern geschmissen gekriegt, glaube ich. Ach so, okay, ja, dann, dann habe ich das falsch gedeutet, weil sie halt irgendwie so an sich runterguckte, aber, ja gut, in der späteren Szene habe ich mir dann doch gesagt, die hat sie jetzt doch wieder selber an. Naja. Jedenfalls ist Halbrand auch da und reicht ihr erstmal was zu essen, sie ist dann erst so ein bisschen, bisschen misstrauisch, äh, könnte ja vergiftet sein oder so. Und ich muss, ich muss sagen, generell, und das fehlt vielen Serien tatsächlich, ich finde es schön, dass hier gezeigt wird, dass selbst so eine Galadrile auch mal essen muss. Oh ja, ja, das, ja, das ist auch etwas, was allgemein so den Elben so ein bisschen fehlt irgendwie, ja. Und eben auch, dass die nicht angekettet sind, ist ein gutes Zeichen, definitiv. Auf der anderen Seite, wo sollten sie denn hinfliehen? Das ist, glaube ich, so auch der Gedanke, also zurück ins Meer, super Idee. Ach ja, sie ist ja schon mal gesprungen, da ist sie ja kein Problem mit. Stimmt schon. Die wollte ja, die wollte ja nach Hause schwimmen, ja. Fand ich ja so ein bisschen affig, muss ich zugeben. Ja, es zeigt, dass sie getrieben ist, sie hat einen ordentlichen Drive. Ja, genau, ja, aber kein, äh, äh, sonst so ein bisschen wie in, äh, ja, sie, sie bräuchte Pinocchio, ne, aus dem Zemeckis-Stand, am Ende zu so einem, zu so einem, äh, äh, Motorboot mutiert. Aber, ja, nee, äh, Spoiler für Pinocchio, egal, den, äh, muss sich eh keiner ansehen. Nun, ja, sie ist jedenfalls mit Halbrand dort, sie kommen dann aber relativ schnell nach oben aufs Schiff und da beäugt sie die Mannschaft tatsächlich ziemlich schäl, natürlich insbesondere Galadriel, weil, naja, ich glaube, die haben noch nie eine Elbin gesehen, beziehungsweise Elbe, wie sie es in der deutschen Übersetzung sahen. Und da war ich ein bisschen verunsichert, ehrlich gesagt, letzte Woche. Ja, etwas, etwas, was wir hier noch nicht, äh, wissen, wir kennen den Kontext noch nicht genau, wo wir denken, oh, er ist einfach beugen, sie weiß nicht, Fremde ist oder wie auch immer, aber es gibt tatsächlich einen guten Grund, der, ich schätze mal, Kapitän oder Hauptmann des Schiffes, den wir jetzt noch nicht namentlich kennen, empfängt sie dann, er hat ihren Dolch, äh, im Gürtel stecken, was sie sieht, aber bisher nichts sagt. Mhm. Und er, er spricht von ihr direkt als Eldar, ne? Mhm. Oh ja, genau, also, wo man halt so, gleich so ein bisschen Tiefe schafft, oh, der, der kennt sich irgendwie aus, vielleicht. Ja, war, fand ich ehrlich gesagt, eine schöne Einführung, auch mit diesem Detail, dass er, äh, sich direkt mal ihren Dolch geschnappt hat, ne? Mir haben die optisch auch sehr gut gefallen, mir haben die, also die Kleidung, die die alle auf dem Schiff getragen haben, sie sahen nicht aus wie klassische Seefahrer, ich finde, man hat schon diesen Schulterschluss in der Mode, den wir dann später ein bisschen besser verstehen, hin zu den Elben ein bisschen gesehen. Mhm. Und, äh, das war gleich so auf den ersten Blick so, okay, das sind wahrscheinlich irgendwie Krieger oder so, das fand ich schon, ja, also es war optisch schon sehr viel Foreshadowing drin, ne? Man hat natürlich auch eine gewisse, sag ich jetzt mal, also von den Rüstungen, vom Design her und so, äh, hat man auch natürlich eine sehr große Anverwandtschaft oder zumindest so Anleihen, äh, von der Optik der Soldaten in, in Gondor auch so ein bisschen gesehen, ne? Ja, also halt auch diese, diese ausdrucksstarken Wappen. Oder auch der, auch der, ach, wie heißen die denn auf, der Dunede, wie heißen die denn auf, auf Deutsch? Die Dunedein? Die Waldläufer. Dunedein. Die Waldläufer. Die Waldläufer. Genau. Die graue Schar. Und, ähm, genau, also groß gewachsen, äh, dunkelhaarig und so, das ist schon, ja. Ist schon sehr, äh, charakteristisch, ja. Das ist ja auch letztendlich das Volk, was dann später zu dem wird, was Minas Tierreder baut und so weiter. Genau, genau, ja, ja. Von, von, von der Lore her. Und das sind ja. Die haben schon gut gecastet. Das sind ja Seemänner gewesen und hier ist definitiv, ist alles, äh, ein bisschen bunter. Das ist ja das erste Mal in der Serie, dass wir irgendwie ein, äh, Menschenvolk im Krieger, so, 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 bis in diesem Kriegerlook sehen. Das hatten ja die, die Südlande eben gerade nicht. Das hier ist ja eben auch etwas eigentlich so völlig Neues, was wir jetzt so allgemein zu sehen kriegen, wo sie nämlich, wo sie nämlich, äh, hinreisen. Das ist, äh, völliges Neuland im wahrsten Sinne. Denn es ist nicht mehr, äh, nicht mehr Teil von Mittelerde. Genau, weil wir nämlich insbesondere, weil du gerade eben auf Minas Tierred verwiesen hast, denn, äh, da sieht man auch, äh, bei dem, was wir jetzt zu Gesicht bekommen, einige, äh, ja, Anwandlungen eben von der Architektur von solchen Orten aus der Ringtrilogie. Denn wir sehen es erst mit, mit Segelschiffen, die auch schon irgendwie eine riesige Sonne auf den Segeln haben, was unglaublich toll aussah. Und dann, ja, äh, Lasse, ich glaub, wir können eine eigene Kategorie für eröffnen. Ein wahrer Augenöffner. Das ist schon, ja, also sie, sie fahren nach Numenor. Und, äh, das ist eine gigantische, wirklich eine große, gigantische Hafenstadt, wo ich halt sehr viele Sachen, also das hat, das hat Ähnlichkeiten mit, äh, so, 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 so. Die haben so alles so irgendwie reingeschmissen halt. Das erinnert so ein bisschen an griechische und römische Architektur. Aber, aber es ist ganz viel anderes Zeug drin. Hier und dort fühl ich mich ein bisschen an, äh, gewisse Elemente aus Game of Thrones erinnert, selbstverständlich. Ähm, aber es ist alles halt, es ist alles sehr weiß, es ist sehr prachtvoll, es ist sehr golden, es sind überall Statuen, es ist überlebensgroß. Es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und es hat alles einen sehr, sehr, und da eben auch so die griechische Parallele, es hat einen sehr, sehr südländischen Touch allgemein. Ja. Wie die Leute, äh, gekleidet sind, eben wie die Architektur ist, wie die Musik klingt, so mit diesen leicht, ähm, arabischen Einflüssen. Einflüssen in der Instrumentierung. Es erinnert, hatte ich ja auch schon, äh, zu dir gemeint, äh, es erinnert auch ein bisschen an das, was Ramin Javadi in, äh, Game of Thrones für Braavos geschrieben hat, ne? So ein bisschen. Ja, ja, ich fühlte mich teilweise an die Prince of Persia-Spiele erinnert, so ein bisschen. Ja, ja, ja. Von dem, von dem Look und vom Klang her, also die haben sich sehr viel Mühe gegeben, das alles, dem so einen gewissen Ton zu geben, etwas Einheitliches, sodass man eben merkt, wirst es im Süden, dass es ein, ähm, ein, ähm, ein stolzes Volk, ein etwas anderes Volk, als wir es bisher so kennen. Und, ähm, das, das, das kriegen sie, das kriegen sie sehr gut hin. Und wir, wir kriegen auch eine Weile Zeit, um das alles so angemessen zu bewundern und man sieht, dass auch Galatriell relativ, äh, beeindruckt ist davon. Ich finde, was man gleich sofort sieht, unabhängig von den Details, die wir ja tatsächlich auch rückschließend einfach sehen, wenn wir wissen, wie zum Beispiel Minas Tirith aussieht vom Design her und die Statuen und die weiße Farbe, etc., etc. Aber ich finde, was du auf den ersten Blick siehst, wir begegnen hier einer Zivilisation, die sich auf dem Zenit befindet, die auf ihrem absoluten Höhepunkt ist. Und dieser Höhepunkt, der, wie gesagt, der ist, der springt einen an, wenn man in der Hafenstadt reinfährt. Und, äh, für mich hatte das Ganze natürlich so ein bisschen Atlantis-Vibes, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass ich mich ein bisschen schlau gemacht habe, wie es dann weitergeht mit Numenor. Ihr könnt euch also denken, wie es weitergeht mit Numenor. Ja, aber das ist natürlich, also das war, glaube ich, das war auch sowas, was mich so ein bisschen daran erinnert hat. Ja, stimmt. Genau. Und was ich übrigens, wo ich, was ich ein bisschen schmunzelt zur Kenntnis genommen habe, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, als sie ja dann reinfahren in den Hafen, dann sehen wir ja auch verschiedene Schiffe, die da eben auch langfahren, wo dann auch entsprechend Leute auf den Booten sind und so weiter. Und die sind teilweise auf diesen Booten genauso aufgestellt, wie es die Elben auf dem Schiff waren, von dem Galatril dann runtergesprungen ist. Weil die standen ja da so in Zweierreihen, wo du dir noch überlegt hast, warum stehen die da so, ist ja voll bequem so zu reisen. Und, äh, und, also das war so ein bisschen so, äh. Und wenn du hinguckst, wie die aufgestellt sind, da sind auch Schiffe zum Teil dabei, wo die Mannschaft eben auch so in Zweier- und Dreierreihen nebeneinander stehen. Und die haben ja auch diese langen Kutten an, wo ich kurz dachte, das erinnert mich unheimlich an die Art und Weise, wie die Elben da auf ihrem Schiffchen unterwegs waren. Und wer weiß, ob da nicht vielleicht auch irgendwie eine Parallele drin steckt oder so. Keine Ahnung. Durchaus, ist mir, ist mir tatsächlich nicht so bewusst aufgefallen. Ich war allerdings auch sehr abgelenkt von den Statuen, die ja mal sowas von, also ich hab auch in meinen Notizen stehen Argonat-Vibes. Ja, absolut. Wenn es, wenn es, äh, bei den, bei euch da draußen nicht sofort klinge mag, Argonat sind diese riesigen Steinstatuen, also wirklich gigantischen Steinstatuen, wo die Gefährten, äh, durchfahren und damit passieren sie dann praktisch das Tor von Gondor. Und ein, ja, nee, eigentlich beide Könige, die da diese Drohgebärde der Warnung haben, die kriegen wir dann, zumindest einen davon kriegen wir noch zu Gesicht, das kann man sagen. Ist natürlich spannend, dass wir, wir denken sofort an diese Statuen, die natürlich diese Abwehrhaltung haben. Während die Statuen, die wir hier sehen, und zwar, wir haben ja auch diese ganz prominente Statue, die in der Mitte steht und ihre Hand so ausstreckt. Von Erendil. Ja, richtig genau, die Hand ja offen hat und ausstreckt und willkommen heißt und eben nicht abweist. Zu Erendil noch als, äh, weil ich den Namen jetzt einfach reingeschmissen habe, vielleicht kommt der manche noch bekannt vor von dieser Fiole, die Galadriel Frodo schenkt. Das ist ja das Licht Erendils und Erendil ist ein großer Seefahrer der Elben gewesen und auch so ein Stück weit deren, ja, es ist ein Stück weit deren Version des Polarsterns eigentlich. Und der ist tatsächlich, äh, der Urahne, der Numenora, äh, weil man muss nämlich wissen, aber das erklärt er dann, äh, das erklärt der Galadriel dann auch. Äh, ich muss dazu sagen, diese riesigen Steingesichter am Anfang fand ich auch toll, das hatte ja schon was von Mount Rushmore. Und zugleich wirkt das Ganze, also, ich muss ja sagen, ich war von den Trailern her auch skeptisch, was das hier anging. Und mit dem Color Grading bin ich immer noch nicht so ganz glücklich, es ist mir alles ein bisschen zu hell und knallig. Klar, das soll diese Hochkultur irgendwie auf, auf dem Zenit ihres Daseins zeigen, aber es ist mir ein bisschen too much. Auf der anderen Seite mochte ich das, da ist die Kamera auch halt ganz großartig, wie du siehst, dass diese Statuen auch wirklich mit Moos bewachsen sind und auch schon teilweise rissig. Das ist wirklich, wie bei Peter Jackson, hast du wirklich das Gefühl, dass, dass das nicht einfach nur da ist, um schön auszusehen, sondern, dass es für sich auch irgendwie Orte sind, die, die, die Geschichte erzählen oder wo, wo Geschichte förmlich raus strömt, könnte man sagen. Festigt sich dann auch der Eindruck, wenn sie an Land gehen, man merkt die Größe der Gebäude und alles im Hintergrund. Man sieht erneut auch wieder das Misstrauen der Leute gegenüber diesen Fremden. Galadriel erzählt so ein bisschen was über das Volk zwischen die Beziehung der Elben mit diesen Menschen und dass das wohl nicht ganz so glücklich aufeinander ging. Oh ja, eins hier, alles wunderbar miteinander und dann haben sie angefangen, unsere Schiffe abzulehnen und so. Darüber ist sie offensichtlich traurig, aber so auf die, ihre eigene stolze Art auch, wo sie von wegen, ja, der Fehler kann ja nicht bei uns liegen. Nein, nein, natürlich nicht. Aber auf jeden Fall gehen sie eine ganze Weile mit dem, mit diesem Hauptmann, mit diesem Käpt'n, wer auch immer er ist, gehen sie auf jeden Fall hoch zum Palast, wo es auch optisch Ähnlichkeiten gibt zu Minas Tirith mit diesem langen, langen Vorsprung. Wie so ein Schiff, ne? Ja, wie so ein, wie der Bug eines Schiffes, ganz genau. Genau, genau. Also ganz, sieht ganz wundervoll aus, aber alles halt super, super prachtvoll. Und der weiße Baum, den muss ich, den muss ich erwähnen, den weißen Baum sehen wir hier auch schon, ne? Ja, der weiße Baum ist ja allerdings nicht super prominent in den Vordergrund gerückt, sondern einfach so Teil von diesem Establishing Shot. Während wir zu dieser großen Kuppel gehen, wo offensichtlich gerade eine Versammlung ist und der Hauptmann möchte eben vorgelassen werden. Und nein, die Königin ist beschäftigt und dann tritt er leicht zur Seite und zeigt, ich hab ne Elbin hier und die Wache, ja gut, kannst durch. Nämlich, einfach. Nämlich, plötzlich, doch Zeit. Ja, einfach relativ wortlos und ja, und dazu möchte ich auch was sagen, weil wir sehen ja die Königin zum ersten Mal, wir sehen so ein paar von den anderen Leuten und die Art und Weise, wie die ausgestattet sind vom Schmuck her, hat mich sehr erinnert an etwas, was auch The Sea Beast auf Netflix gemacht hat. Die haben Dinge aus dem Meer so mit eingearbeitet, halt dieses kronartige Ding, was die Königin auf hat, hat so Korallenform und man sieht diese Sachen auch eingearbeitet in anderen Kleidungsstücken hier und dort, womit sie eben die Bindung zum Meer ganz toll zeigen von dem Volk. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und wo du eben darauf Wert gelegt hast, hab ich nämlich vor allen Dingen auf die Farbgebung Wert gelegt. Und blau, klar, Wasser, das Meer, das ist genau, das unterstützt es ja noch. Blau scheint die royale Farbe zu sein in diesem Palast. Ja, deren ganze Kultur baut ja wirklich auf ihrer Liebe zum Meer und eben auch der Seefahrerei auf, ne? Also die sind hier wirklich eine reine Seefahrernation in erster Linie. Was man nochmal kurz sagen kann, das hatte Galadriel ja hier so expositionsmäßig bei Heilbrand erwähnt. Es ist so, dass die Numenora, also zumindest die Vorfahren der Numenora, standen auf Seiten der Elben im Konflikt. Also halt in dem großen Krieg mit Morgoth im ersten Zeitalter haben die sich verbindet mit den Elben. Und als Belohnung gaben ihnen die Vala diese Insel. Und diese Insel, also das ist ja wirklich das westlichste Königreich. Westlicher geht es nicht. Und die haben aber ein einziges Verbot, was über denen hängt. Die dürfen nicht in die unsterblichen Lande reisen. Da liegt ein Bann auf denen. Und ja, es ist die Frage, wie lange sie sich noch daran halten werden. Denn hier wird auch bereits eine Figur angeteasert, die in diese Richtung geht. Das ist nämlich nicht nur die Rede davon, dass hier die Königin Regentin Miriel ist, sondern auch der Kanzler. Er wird hier dann Kanzler genannt, Farazan. Er heißt eigentlich A-Farazan in der Lore. Und Miriel, nicht etwa wie man annehmen könnte, ist tatsächlich durchaus auch der Lore entnommen. Allerdings ein bisschen verändert. Sie ist nämlich eigentlich eine, die von A-Farazan gezwungen wurde. Also die wurde verdrängt als Thronerbin eigentlich. Und hier haben sie sie eben zur Königin Regentin gemacht. Und ich muss da sagen, die Schauspielerin gefällt mir tatsächlich sehr gut. Die hat eine tolle Ausstrahlung, wie ich finde. Ja, so geht's mir auch. Die hat mich sehr erinnert an, ihr habt ja wahrscheinlich auch hier die fantastische Tierwesen-Filme gesehen. Die hat mich sehr erinnert an diese Carmen Iogo, die die amerikanische Zaubereiministerin gespielt hat. Es hat ein bisschen was ähnliches davon. Nur hier ist es sehr viel besonderer und aufmerksamer. Ja. Ja, aber sehr viel Charisma versammelt hier in diesem Raum. Es geht nicht super gut erst mal. Die sehen nicht wirklich auf Augenhöhe. Nein, überhaupt nicht. Als Geste der Höflichkeit wollen dann Heilbrand und Galadri niederknien. Und dann kommt direkt von Miriel, nö, in Numenor kniet niemand. Erinnert an Infinity War mit Hulk und Black Panther. We don't do it here. Ja, oder bei Game of Thrones halt mit den Wildlingen. Wir knien nicht. Ja, ja. We don't do it. Oh, ja, ja. Genau. Auf jeden Fall möchte Galadriel sehr, sehr gerne. Sie fragt nicht wirklich danach, sondern sie verlangt eher danach. Möchte halt gerne auf ein Schiff und zurück nach Mittelerde. Weil sie sagen, das können wir erst mal so nicht erlauben. Wir sind schon ewig nicht mehr nach Mittelerde gesegelt. Und warum sollten wir jetzt? Und wir haben auch nichts mehr mit Elben zu schaffen. Oh ja, das droht wirklich eine Streiterei. Aber Heilbrand, sehr besonnen, tritt dazwischen. Sehr überraschend, ausgerechnet der. Ja, versucht sich als Unterhändler und sagt, hey, wie wär's? Ihr entscheidet so über ein paar Tage. Und wir bleiben hier ganz friedlich. Alles cool. Galadriel ist immer noch ein bisschen zögerlich. Aber fügt sich. Und ja, dadurch, dass Heilbrand so ein bisschen jetzt mehr in den Vordergrund getreten ist, das fügt so eine gewisse Dimension hinzu. Wo man auch denkt, oh, diese Art von ... Das hat er nicht wirklich bisher raushängen lassen. Da ist so ein bisschen mehr an ihm dran, als wir bisher dachten. Ja, es ist ... Wobei, ich finde, er ist halt schon ... Also, du hast es ja sehr schön gesagt. Er wirkt so diplomatisch in deiner Erzählung. Ich finde, es ist halt einfach ein Schlitzohr. Ja. Er weiß, sein Fähnchen nach dem Wind zu drehen. Der kann sich überall rausreden. Der macht gut Freunden mit dem einen und gut Feind mit dem anderen. Also, das ist so ... Das ist ein Schlitzohr. Das ist Gittenhodas, ja. Genau. Das sieht man hier in dieser Szene ganz besonders. Vor allen Dingen dann auch am Ende dieser Szene, wo er ja sich nochmal vermeintlich bedankt, bei dem Käpt'n für die Rettung. Und alle schon so denken, okay, warum armt der ihn jetzt? Klar war, da muss noch irgendwas anderes im Spiel gewesen sein. Da hat er nämlich quasi gerade den Dolch zurückgeklaut, der ja eigentlich Galadriels Bruder gehört hat, beziehungsweise jetzt ja ihr. Und um ihn dann zurückzugeben. Und ich dachte so, ja, du ... Ja, das ist etwas Cooles, was auch ... Dieser Eindruck festigt sich von ihm im Verlauf der Episode. Er hat was von so einem Oldschool-Swashbuckler-Troublemaker-Abenteurer. Ja, 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 ja. Das passt auch durchaus gut ins Tolkien-Universum, so ist es nicht. Also, ich war ... Ich muss sagen, ich war bei der zweiten Folge ja gut. Ich meine, da wurde er eher so halb eingeführt eigentlich nur. Da war ich doch so ein bisschen skeptisch, weil der wirkte für mich dann doch irgendwie ein bisschen ... Ja, so ein bisschen generisch tatsächlich. Ja, ja, und diesen Eindruck bekämpft er hier extrem. Ja, ich muss sagen, also mir gefällt er so langsam auch ganz gut tatsächlich. Allerdings sind jetzt die ganzen Theorien, die es ja gab, in seine Richtung. Also, es gab ja zwei Figuren, bei denen schon seit den Trailern spekuliert wurden, ob sie jetzt Sauron in Menschengestalt sind. Zum einen eben der Fremde, zu dem wir ja noch kommen, und zum anderen eben Halbrand. Und ich würde sagen, das hat sich jetzt hier erledigt. Wobei man nicht vergessen darf, dass die Numenora ja auch in der Lore empfänglich sind für Saurons Manipulation. Wir sehen ja auch Pharason ja auch ganz kurz, beziehungsweise Pharason, wie er hier nur heißt. Ich hoffe, von dem gibt's noch mehr zu sehen, weil das finde ich eine sehr interessante Figur. Oh, ja, ja, ja. Und da ist auf jeden Fall, an dem ist noch so ein bisschen mehr dran, als wir bisher so denken. Der hat so etwas von einem Typ, der durchaus Ränke schmieden kann. Wenn man ihn vergleichen will, Britt-Marie, du hast ja auch House of the Dragon zwei Folgen gesehen. Er hat so einen leichten Otto-Hightower-Vibe, ne? Ja, ja, klar. Das ist aber auch, dieser ganze Palast ist halt ganz klassischer Grund, wo eben Intrigen gesponnen werden und ganz, ganz klassisch Palast eigentlich. Das Einzige, was ich mich hier frage, tatsächlich ist, wer am Ende auf welcher Seite sein wird. Denn wie es sein sollte, laut der Vorlage, weiß ich. Aber ob das dann tatsächlich auch so übernommen wird, da bin ich gespannt. Ich glaube, die Figuren werden sehr viel grauer gezeichnet in der Serie, als sie tatsächlich dann auf den Buchseiten sind. Zumindest mein Eindruck bisher. Ja, das ist ja ähnlich, also ähnlich tatsächlich wie bei George R. Martin. Es ist ja bekanntlich hier keine wirkliche Vorlage. Und dementsprechend haben viele Figuren auch nicht so den Charakter in der Lore. Also Pharrason vielleicht schon mehr als andere. Also das merkt man ja auch bei House of the Dragon aktuell, dass manche Figuren deutlich mehr herausgearbeitet werden können, weil das hier eben kein trockener Geschichtsbericht ist, ne? Hier ist auch, die Sachen in Numinor sind auch die Sachen, die sich so ein bisschen weniger nach Herr der Ringe anfühlen. Und das meine ich nicht unbedingt im negativen Sinne, eher so im neutralen Sinne. Sondern eben eher so wirklich halt, das hat etwas von so einem Gemisch aus Historie und Fantasy. Und hier auf jeden Fall diese politischen Untertöne mit rein. So ähnlich halt, wie es Game of Thrones gemacht hat auch. Auf jeden Fall sagen sie, du bist nicht unser Gefangene, du bist unser Gast. Erst, wir kommen irgendwie klar, die Königin fragt nach dem Mann dieses Hauptmanns, der sie dahin gebracht hat, wir finden seinen Namen heraus. Und es ist Elendil, ein Mann aus Edlem geblüht anscheinend. Und alle zucken zusammen. Wir hören den Namen und wir zucken alle gemeinsam zusammen. Ich habe einen Schauer gekriegt. Genau, und Elendil, den sollten die meisten auch kennen. Er ist der Vater von Isildur. Er ist derjenige, der in den Filmen, wenn wir jetzt mal nach den Filmen gehen, er ist derjenige, der von Sauron erschlagen wird in einer großen Schlacht am Anfang und dessen Schwerter Nisildur benutzt, um den Ring von Saurons Hand zu schneiden. Und Elendil ist eine sehr wichtige Figur. Schließlich ist er irgendwann König. Ob dieser hier es wird, wird sich zeigen. Ja, ich frage mich da eh in Hinblick darauf, weil wir sind ja jetzt hier zu Beginn des zweiten Zeitalters und Isildur und Elendil sind hier noch gar nicht geboren. Oder diese ganzen Figuren. Ja, ich dachte auch nämlich kurz, das hat kurz so einen kurzen Hickhack bei mir gedacht, wo ich dachte, Moment, eigentlich müssen die, Moment, das passt zeitlich nicht komplett. Ich glaube, die haben das hier ein bisschen, die haben die beiden ein bisschen hier vorgezogen. Die haben es komprimiert. Ja, genau. Ja, aber die haben mittlerweile schon so viel vorgezogen. Ich meine, es gab noch keine Hobbits, es gab noch keinen potenziellen Gandalf. Also davon muss man sich, spätestens mit der zweiten Folge, muss man sich davon verabschieden. Es ist ja auch irgendwo, es ist ja auch irgendwo okay, also die Macher haben ja auch irgendwann oder schon bevor die Serie rauskam gesagt, würden sie es jetzt wirklich nach der Datierung der Lore machen, dann müssten sie teilweise mehrere hundert Jahre überspringen und Figuren würden wahrscheinlich für zehn Minuten auftauchen. Und dadurch, dass wir es ja auch nicht unbedingt als Prequel für die Filme oder sonst was sehen sollen, sondern ich glaube eher so als deren eigenes Ding, ist das absolut entschuldbar, wenn die es schaffen, ihre eigene interessante Geschichte zu erzählen, die es wert ist. Bisher hat es ganz gut geklappt, wie ich finde, meiner Meinung nach. Ja, aber auf jeden Fall ist dies Elendil, der wohl auch einen Sohn hat, welchen wir direkt in der darauf folgenden Szene kennenlernen. Nämlich Isidur und zwar in einer Szene, die eindeutig halt für eine Ausbildung dient, wo wir halt zwei Schiffe im Wettstreit miteinander sehen. Er wird dort ausgebildet als Seemann, wo wir auch noch ein bisschen gefestigt kriegen, wie sehr sie gebunden an die See sind, was es wirklich halt ein Seefahrer-Volk ist. Da funktioniert die Musik sehr gut. Er war mir sofort so, als wo ich dachte, oh, das ist auch ein gutes Gesicht. Der Typ hat einen guten Look und so weiter und so fort. Das scheint mir ein charismatischer junger Kerl zu sein. Auf jeden Fall sehen wir ihn, wie er dort sich zurechtfindet, aber auch ein bisschen vor sich hin träumt, weil irgendwie scheint ihn da etwas zu rufen an ein gewisses Ufer, wobei er eben dann kurzzeitig abgelenkt ist, was uns auch sofort zeigt, oh, der hat eine gewisse Bindung zu irgendwas. Er löst da einen Deck ja auch irgendwie, also da ist jemand anderes, der, sag ich jetzt mal, auch diese Ausbildung macht, also Seewacht heißt es dann, glaube ich, an einer Stelle. Ja. Und sie sollen da irgendwie das Schiff sichern mit so Tampen, wie man das ja zum Beispiel auch kennt aus Fluch der Karibik. Und einer seiner Kompagnons kriegt das übrigens nicht hin. Und ich weiß nicht, Lasse, oder, nee, Quatsch, ihr habt ja beide das Buch gelesen. Habt ihr den Namen gehört von seinem Kompagnon? Äh, ich glaube gehört, aber ich habe ihn nicht mehr im Kopf. Imrahil. Ja, richtig, genau. Oh ja, richtig. Und das, also, okay, er kann es eigentlich nicht sein, weil da müsste der ja wirklich 6.000 Jahre alt sein. Aber es ist auf jeden Fall eine Anspielung, weil so hieß nämlich der Fürst von Dol Amroth, der in Herr der Ringe vorkommt. Also das ist ja jemand aus dem Herrschaftsgebiet von Gondor, der dann auch in der Schlacht am Schwarzen Tor mitkämpft. Der aus den Filmen leider komplett rausgestrichen wurde. Das ist nämlich eine sehr tolle Figur tatsächlich. Ja, ich habe nämlich auch gleich gegoogelt. Ich dachte, Moment mal. Ist das der mit den Schwanenrittern? Das kann gut sein, ja. Ja, der hat auf jeden Fall, Dol Amroth ist doch, glaube ich, eine Insel oder sowas, ne? Oder irgendwie, auf jeden Fall ein Fürstentum, das ist ja klar. Ich meine, es kann ja gut sein, es kann ja gut sein, ich meine, da wir ja auch einen Durin IV. hier haben, es kann sein, dass das ein Vorfahre ist. Wahrscheinlich, ja. Oder es ist auf jeden Fall eine nette kleine Anspielung. Also, wenn dir zum Beispiel noch jemand Berregond heißt, dann bin ich glücklich. Wobei ich mir natürlich auch vorstellen kann, Namen, und das kennen wir auch von uns, gehen ja durchaus auch über mehrere Jahrhunderte in der Bevölkerung durch. Ja, natürlich. Die Zargarien. Das ist ja ganz schlimm. Vielleicht sind das ja auch gar nicht der Elendil und der Isildur. Das ist nur Zufall. Oh, okay. Also, dann wird es aber, dann gehen wir schon Richtung Regenkarnation. In gewissem Sinne. Naja, ich muss sagen, also, diese Aufnahmen von den Schiffen fand ich ziemlich toll. Also, hier ist auch halt wieder Neuseeland, ne? Ich möchte da irgendwann hin. Ich weiß, lasse du was da, ich sag nichts mehr. Ich muss aber sagen, die Szenen, die auf dem Schiff selber spielten, die wirkten auf mich doch sehr künstlich irgendwie. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Vielleicht liegt es so ein bisschen an der Lichtsetzung oder je nachdem. Ja. Ich weiß nicht genau. Also, ich meine, es ist definitiv halt ja gut, wo man halt sieht, aber ich meine, das sind auch in so geschulten Augen. Ja, gut, der Hintergrund ist nicht echt, aber es wirkt trotzdem alles sehr, sehr polished. Das ist definitiv kein Vergleich zu den ersten paar flutige Riebig-Filmen, wo so viel halt wirklich auf offener See gedreht wurde und so. Ja, aber es ist alles sehr hübsch. Ich mag die Ausstellung. Es erinnert mich alles sehr so ein bisschen an Narnia, so das Design der Schiffe. Ja, da musste ich denken. Das hat halt definitiv mehr so diese leichtherzigeren Fantasy-Elemente im Design. Ja, und vor allen Dingen, ich finde gerade durch die Lichtsetzung, gerade deshalb dieses helle, leichte, luftige Sonne, viel Sonne und so, das ist auch gerade das, das mich an so was erinnert. Ja. Ja, es hat für mich, ich musste, ich sag's nicht gerne, aber ich musste tatsächlich an einen der Asterix-Real-Filme denken, einmal kurz, als halt, als sie da auf Deck zugange sind oder so, hier an die Piraten, die da immer absaufen. Oder die sich selber versenken aus Angst. Ja, ja. Genau. Ach ja, Gott. Aber die gehen an Land auf jeden Fall und da kriegen wir etwas auch mit von deren Leitsprüchen dort. Die See hat immer recht. He is always right und so was. Und halt, da kriegen wir nochmal so home gehämmert, ja, alles klar, wir, so sind die, so sind die drauf. Da musste ich, da musste ich leider lachen, weil wir hatten im dritten House of the Dragon Recap, ich mache hier ständig Fleichwerbung, da taucht ja eine Figur auf, namens der Crab Feeder, und den haben wir dann aus Spaß tatsächlich zusammen mit Sven einfach Mr. Krabs getauft. Und dann kam mir halt direkt dieser Satz in den Kopf von Mr. Krabs von wegen, das Geld hat immer recht. Und das, ach, scheiße, ich musste leider daran denken, es tut mir leid. Dann kommt, dann sehen wir kurz den Auftritt einer Frau, die dort hinkommt. Der Schwester. Ich dachte, oh, wer ist das? Ja, genau, wir finden dann, ich habe erst später rausgefunden, ach so, das ist Isildos Schwester. Die komplett dazu erfunden ist, der hatte, glaube ich, einfach nur Brüder. Ich glaube, zwei Söhne, ja, glaube ich. Genau, und es waren auch erst Gerüchte, dass man irgendwie aus einem der Söhne dann einfach ein Mädchen gemacht hatte. Aber das ist, also es ist nicht Anarion, wie es vermutet wurde. Oder Anarion, der Name, der fällt hier nämlich dann später in einer anderen Szene. Also scheint es den zu geben. Genau, genau. Das heißt, wir haben einen Bruder noch nicht gesehen in dem Fall. Die heißt irgendwie Earen, glaube ich. Ja, ja, das war was, was ganz gut passt, genau. Wo ich auch dachte, sie wirkt nicht komplett wie ein Charakter aus der Lore in irgendeiner Form. Aber das meine ich halt auch nicht dann im schlechten Sinne. Aber mir hat sie eben auch sehr gut gefallen. Sie hat so ein bisschen was, so den Look, so ein bisschen von einer Römerin. Da haben die generell so, ne, diese Gewänder und so. Tunikas. Ja, ja, also ja, so die Art und Weise, wie sie aussehen. Ich weiß ja nicht mehr, wo wir danach sind. Die Szene ist vergleichsweise ziemlich kurz. Da gibt es dann eine kurze Szene zwischen Königin Miriel und Elendil, wo die den halt so ein bisschen unter die Lupe nimmt. Und da sehen wir vor allem noch mal den weißen Baum. Kurzer Hinweis, das ist nicht derselbe weiße Baum natürlich, wie in Minas Tirith. Das ist ja ein Setzling gewesen in Minas Tirith. Aber hier kommt der ursprünglich her. Und der hat hier ähnlich wie in Herr der Ringe eine sehr starke Symbolkraft. Weil der war ja ziemlich verwelkt und morsch in Minas Tirith. Und also halt als Zeichen davon, dass der König nicht da ist und dass er dann so langsam zurückkehrt, sah man dann ja so eine Blüte in der Szene mit Denethor. Und hier hat es auch eben sehr starke Symbolkraft, weil es heißt, die Blätter fallen. Und Königin Miriel liest daraus allerdings die Tränen der Valar an der Stelle. Ist natürlich ein bisschen schwülstig, aber ja Gott, passt auf jeden Fall in diesen Kontext. Aber auch immer, es ist natürlich immer eine Frage der Perspektive, aber es ist natürlich für sie wahrscheinlich eher immer die Erinnerung daran, dass sie vielleicht ein bisschen Bürger zweiter Klasse sind. Denn das ist ja auch die Einstellung, mit der Galatriel hier aufgetaucht hat, die gesagt hat, die Valar beziehungsweise die Elben haben euch diese Insel gegeben. Also von uns, wegen uns habt ihr das überhaupt. Und dann hat sie ja darauf geantwortet, wir haben unser Blut dafür gegeben und unsere Familien und unsere Lieben dafür geopfert. Deswegen haben wir diese Insel bekommen. Und das Gleiche, finde ich, ist es mit dem Baum. Also immer so ein bisschen, die eine Perspektive ist, die Valar haben immer ein Auge auf uns. Die lassen uns nie aus dem Auge. Und die andere Perspektive ist, hier schützt uns einer und es ist mehr so dieser mütterliche Aspekt, finde ich. Also ich finde, du hast irgendwie beides mit diesem Baum. Das ist ein starkes Motiv auf jeden Fall. Ja, und die Szene natürlich, von der du jetzt auch sprichst, also Elendil und Miriel, das ist doch die Szene, die damit endet, dass Elendil ein Schwert von ihr bekommt. Und da ist meine Frage, ist das Nasil? Ja, oder? Ich glaube nicht. Da müsste ich jetzt überlegen, wie alt Nasil ist. Das könnte natürlich irgendwie auch... Also Nasil ist ja das Schwert von Elendil, soweit ich meine. Das ist ja in der Schlacht. Das, was dann zerbrochen ward und dann Neugeschmiede zu Anduril. Richtig, genau. Genau, und da habe ich mich halt kurz gefragt, ob das vielleicht Nasil sein könnte. Das Problem ist, es steckt in der Scheide drin, man kann es also höchstens am Knauf erkennen. Und da habe ich tatsächlich, bin ich mir nicht ganz sicher, es könnte tatsächlich Nasil sein. Es hat ein anderes Design. Ich kenne mich mit den Herr-der-Ringe-Waffen aus wie kein zweiter. Oh ja, hier hast du den Experten. Ich habe Anduril als Wandhänger auch zur Konfirmation bekommen. Und das hier sind definitiv andere Designs. Innerhalb dieses Universums jetzt, könnte es Nasil sein vielleicht, wir wissen es nicht. Ich hatte mir tatsächlich keine Gedanken gemacht zu dem Zeitpunkt. Ich dachte doch kurz, oh, warum kriegt er ein neues Schwert? Soll er Galatriel umbringen oder was? Ja, das war auch dann, das war mein zweiter Gedanke. Aber ich meine, Elendil und Schwerg, da lag das so, ich so, oh, oh, oh. Ja, 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 also es ist ja, wir erfahren ja dann auch tatsächlich Elendil, also wo er herkommt und Miriel, also die nimmt ihn ja wirklich fast so ein bisschen schon in die Zange, wo er dann irgendwie sagt, ja, mein Name kann zum einen bedeuten einer, der die Sterne liebt und sie sagt dann aber, ja, es kann auch bedeuten Elbenfreund. Und ihr Geschlecht, also das Königsgeschlecht, das hat ja eine Regelung erlassen, dass die nichts mehr wirklich mit Elben zu schaffen haben wollten. Und dann sagt Elendil, ja, er wollte ja eigentlich nur das Richtige tun und sie dann so, ja, wenn du es tun willst, dann hier. Also das war so ein bisschen, wobei ich das sehr gut fand, dass das so unausgesprochen blieb an der Stelle. Ja, und es wird ja dann später aufgelöst, indem er ja selber in dem Gespräch mit Galatriel dann sagt, er soll ein Auge auf sie werfen, als extra Wache sozusagen. Ja, also es ist jetzt nicht, wer weiß nicht, subtil, aber man hätte es noch ein bisschen plakativer inszenieren können tatsächlich. Also im negativen Sinne meine ich jetzt plakativ. Da muss man vielleicht auch mal ein bisschen mehr den Bildern vertrauen. Dann springen wir aber wirklich völlig woanders hin, wo wir aber schon mal waren, denn wieder in die Südlande. Also wir gehen wieder rüber nach Mittelerde von Numenor. Wir haben da auch eine schöne Fahrt jedes Mal mit der Karte tatsächlich, ne? Ja, diese Übergänge sind immer sehr schön gemacht. Das ist echt schön. Ja, wir sind wieder in den Südlanden. Die Orks hassen immer noch das Tageslicht und dort entstehen Verbindungsgräben, während die Orks, wie gesagt, vor Sonnenlicht geschützt sind und Arondir und dieser andere Revion, den wir ja schon in der ersten Folge, glaube ich, gesehen haben, der ja so zu seinem Bataillon Gehörte, sage ich jetzt mal, also auf dem Turm da auch, die überlegen dann, ja, was suchen die hier was? Suchen die eine Waffe oder was haben sie vor? Und Revion klärt dann Arondir darüber auf, ja, die plündern hier ein Dorf nach dem anderen und sie haben einen Anführer, von dem sie immer sehr ehrfürchtig sprechen und den sie Ada nennen. Warum würden sie ein elbisches Wort benutzen und so? Richtig. Sehr seltsam. Revion mutmaßt dann eben, dass Morgoth tatsächlich einen Nachfolger hat und, naja, man kennt es ja, also es wurde ja auch schon, glaube ich, in einer anderen Folge gesagt, Sauron hatte schon sehr, sehr viele Namen. Ja, das ist, ich denke auch, das liegt am nächsten, also, ja, mal gucken. Der Ork-Vater, ich bin gespannt. Und also, da ist mir aber auch im Nachhinein nochmal so aufgefallen, dass Galadriel, ja gut, ich meine, es war ein Flashback, aber den Namen Morgoth hat Melkor, also der abtrünnige Valar Melkor erst bekommen, nachdem er die Silmaril gestohlen hat. Aber das war ja hier nicht so, das ist ja alles sehr, sehr eingedampft worden in dem Prolog in der ersten Folge. Wobei wir ja hier schon nach den Silmaril sind. Ja, ja, natürlich, nur es, es wurde halt nicht so wirklich etabliert, es wurde auch nicht wirklich eigentlich klar, wer Morgoth ist. Also, wenn man jetzt die Lore nicht kennt, dann wird da einfach nur gesagt, ja gut, der Feind Morgoth und der hat die Bäume putt gemacht und es, es wurde aber zum Beispiel, also, weil man ja halt die Silmarille aus, aus rechtlichen Gründen rauslassen muss, da man eben nicht die Rechte am Silmarillion hat, äh, wurde hier zum Beispiel auch nicht erwähnt, dass Morgoth, äh, die gestohlen und damit nach Mittelerien geflohen ist, ne? Also, er hat sie, es wird erwähnt, dass er sie gestohlen hat, aber in der zweiten Folge reden sie darüber. Ja, ich wollte gerade sagen, bei den Zwergen wird doch quasi das, äh, die Geschichte von den Silmarillen in drei Sätze zusammengefasst. Das war so, und dann guckt er da rein und dann weinte er und dann hat er sich erkannt und das war's. Und er so, äh, Moment, was? Ja, es, ja, das, das war auch leider, also, ich mochte die Folge ja lieber als die erste, aber, äh, das war auch leider echt so eine etwas sehr forcierte Dialogszene, die man schöner hätte aufziehen können, aber naja. Jedenfalls ist es dann der Plan von, äh, Revion, dass sie beide irgendwie fliehen sollen und Verstärkung und dann wollen sie alle platt machen, aber das Problem ist, sie werden natürlich belauscht von einem Ork-Aufseher, äh, mit dem sich dann Revion auch, glaub ich, so ein bisschen anlegt und, äh, dann haben sie eine Zwistigkeit darüber, weil sie kommen dann irgendwie nicht weiter mit den Gräben und sie sollen einen Baum ausreißen. Und jetzt muss man mal kurz mal sagen, es ist nicht nur ein Baum, das ist ein Baum mit Großbuchstaben, also es ist ein Riesenbaum, der da steht, das ist schon, äh, ja, mehr als nur ein normaler Baum. Der, der, der Elbenanführer legt sich ordentlich mit den Orks an, dieses, dieser Baum war schon hier, bevor du aus deinem, äh, aus deinem Loch gekrochen bist und so. Ja. Und dann, ähm, kommt einer der Orks, das scheinst du da der Oberorg zu sein, ähm, der trägt einen alten Elbenhelm und, ähm, und sagt dann, oh, du zeigst, du zeigst Eier, sozusagen, so in Urgangssprache, sag ich's mal. Ihr habt euch eine Wasserration verdient und ich dachte erst, äh, ist es vergiftet? Und dann gibt er ihnen Wasser und die dürfen trinken und ich dachte, oh, ist, dann ist wohl, okay. Das war eine etwas merkwürdige Szene, wobei ich auch wirklich, also klar, man überlegt natürlich zuerst, ist das Wasser vergiftet? Aber ich dachte wirklich, es ist wie in Herr der Ringe Orkschnaps und ich muss sagen, ich hätte es lustig gefunden. Aber dann, aber es ist auf jeden Fall Wasser, sie dürfen ein bisschen trinken, bis er dann einem von ihnen halt seinem, äh, seinem Kumpan dort, seinem Gefährten, ähm, die, die die Kehle durchschneidet. Ja, und zwar in dem Moment, in dem er den Kopf in den Nacken legt, um zu trinken, weil dann ist die Kehle ja entblößt. Genau. Also darum ging es, glaube ich, darum, dass die eben Wasser trinken sollten. Ja. Weil sonst ergibt es halt null Sinn. Ja, die wollten die so ein bisschen in Sicherheit wiegen, glaube ich, ne? Mhm. Ja, und die wollten halt es einfach einfach machen. Also ich meine, äh, das ist wie das Lamm zur Schlachtbank führen. In dem Moment, in dem er Kopf im Nacken liegt, ist halt alles offen. Es war aber auch wirklich, das muss ich sagen, äh, und im Hinblick dann auf die zweite Folge auch, das war schon ziemlich brutal für Mittelerde, ne? Ja, es ist, äh, sie gehen definitiv so ein bisschen in die, oh, also es ist halt noch nicht, noch nicht ganz Game of Thrones-Niveau und ich möchte über Gewalt noch an einem späteren Punkt sprechen. Aber, äh, sie, sie trauen sich definitiv ein bisschen mehr. Auf jeden Fall, der arme Elb geht drauf. Man sieht auch den Schock, wo man halt wahrscheinlich diese Elben werden zum ersten Mal hier mit Tod aus den eigenen Reihen konfrontiert. Ja, wobei ich da, äh, muss ich sagen, ich fand die Szene etwas überinszeniert. Also, mit der Zeitlupe und so weiter? Ja, nicht nur die Zeitlupe, sondern auch die, 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 als dann Arondir den da irgendwie dann, äh, äh, zu Grabe legt, sag ich jetzt mal, fand ich die Musik doch etwas sehr theatralisch, weil es war halt einfach ein x-beliebiger Elb, zu dem wir keinerlei Bezug haben. Klar, es ist irgendwo tragisch, aber es ist jetzt auch nicht so, als ob da eine der Hauptfiguren gestorben ist und es war wirklich Musik wie bei Boromiers Tod, hatte ich das Gefühl. Ach so, ja, das ist mir nicht irgendwie negativ aufgefallen. Mir jetzt auch nicht und ich, da ist nämlich zum Beispiel auch die Frage für mich, für mich ist generell die Frage mit dieser ganzen Szene, mit dieser Baumszene, warum haben wir diese Szene hier drin? Ja, Elben haben eine besondere Beziehung zu Bäumen, ja, die sind tausende von Jahren alt, ist hier vielleicht sogar auch eine Allegorie drin von wegen, tausende von Jahre alte Lebewesen aka Bäume, aka Elben, ja, also, dass da die Verwandtschaft da ist und so, ja, das wissen wir alles. Aber es geht ja darum, dass dieser Baum mutwillig zerstört werden soll und dass da eben man, dass aus den eigenen Reihen eben auch zerstört wird und nicht vom Feind in Anführungszeichen. Ich frage mich halt irgendwie, wofür ist das da? Und geht es darum, ja, also, warum? Das ist meine Frage jetzt einfach mal an euch. Und in Kombination mit dieser Todesszene des anderen Elben, ich finde, der sah halt auch enorm jung aus. Das war ja so ein Bübchen auch. Und man hat den natürlich so ein bisschen angesehen, obwohl sie ja Krieger sind und eigentlich damit rechnen sollten, irgendwann als Krieger vielleicht auch mal zu sterben. Das ist halt die Profession, in der sie stecken. Oder andere auch mal sterben zu sehen. Ja, auch wenn sie jetzt 79 Jahre mindestens Ruhe hatten. Das war eigentlich ja. Aber, ja, ja, aber, das war eben, ich glaube, das wurde so inszeniert und mir ist es übrigens auch nicht negativ aufgefallen, um einfach tatsächlich zu zeigen, dass der überhaupt gar nicht auch nur annähernd damit gerechnet hat, dass er sterben könnte. Ja. Denn das ist ja das, was die Elben eben, die haben ja, die haben im Grunde ja das ewige Leben. Die einzige Art und Weise, wie sie aus dem Leben scheiden können, ist eben durch Gewalt. Und das ist hier so unverhofft und überraschend gekommen. Ja, gut, das stimmt, natürlich. Und das ist, glaube ich, das, was hier gezeigt wurde. Und ich weiß nicht, ob das dann vielleicht einfach zwei Parallelhandlungen sind, die sich hier spiegeln. Zerstörung des ewigen Lebens, Zerstörung des Baumes, ich weiß es nicht. Durchaus, durchaus. Das ist ein interessanter Ansatz. Also, es ist ja vor allem auch dann wichtig, also Arondir will ja dann die ganze Situation auflösen und erklärt sich dann bereit, den Baum zu fällen. Rundherum ist ja, ist ja wirklich nur Verwüstung, das sieht man dann ja auch. Und es hat ja, also Arondir, das wurde ja auch schon zumindest in der ersten Folge angedeutet, weil man sah nämlich bei seinem Umhang, der sehr ähnlich aussah wie ein Elbenmantel, die die Gefährten tragen. Und er hatte eben auch diese, diese, diese Lorien-Blattspange, ne, also vielleicht jetzt nicht von Lorien, aber es ging in diese Richtung. Ja, Waldelb, ja. Genau, und das, also das hier ausgerechnet ein Waldelb, ein Baum fällt, das hat halt auch nochmal richtig Symbolkraft, weil die haben halt nochmal ein ganz anderes Verhältnis zu Bäumen als eh schon andere Elben. Ich meine, die sprechen und kommunizieren ja teilweise sogar mit den Bäumen, ne. Hat ja Legolas auch mal so erzählt im Fangornwald, im zweiten Peter-Jackson-Film. Also das hat hier nochmal durchaus besondere Bedeutung, dass es ausgerechnet Arondir ist, der den Baum dann wirklich weghackt, ne. Ja, ist schon mies alles. Ich würde sagen, das wäre nämlich auch genau das, was ich dann überlegt hatte, dass es vielleicht das nochmal gezeigt werden sollte. Übrigens ja auch sehr spannend. Da habt ihr bestimmt auch drüber gesprochen. Die haben ja auch diese Uniformen an oder diese Rüstungsplatten quasi vorne, die ja aussehen, als wären sie aus Holz geschnitzt mit diesen Gesichtern drauf. Also die sind ja auch quasi wie in, also aus Bäumen geschnitzt sozusagen. Ja, genau. Ja, und was er ja auch macht ist, er kniet ja dann nieder und sagt auf Kenia etwas, was nicht übersetzt wird, was ich mir aber mehr oder minder gegoogelt habe und was so viel heißt wie, hätte man sich auch denken können, verzeih mir, bevor er diesen Baum dann umhackt. Das hätten sie nicht untertiteln können, die Säcke. Ja, vor allen Dingen war es auch gar nicht so einfach, das zu finden, weil also das Verb verzeihen, das hatte ich relativ schnell gefunden. Aber, aber, also. Also ich spreche fließend Sindarin, aber kein Kenia. Es tut mir leid. Genau, ja, aber so, also lose übersetzt muss das so viel geheißen haben. Ja, und das war, denke ich, ja einfach aus dem Kontext auch klar. Ich frage mich nur ehrlich gesagt, wie sie das in Zukunft machen, ob sie noch mehr, weil ich habe da so ein bisschen das Gefühl, die übersetzen willkürlich. Denn, ähm, wir haben später auch eine Szene mit Elendil, der ja dann auch elbig, ich sage jetzt mal elbig im Großen und Ganzen spricht und das wird ja direkt übersetzt. Während das hier halt nicht. Die nächste sogar schon. Ah, während das hier ja nicht übersetzt wurde. Und dann ist man natürlich extra neugierig. Ich meine, es war jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, was er gesagt hat, aber ich bin gespannt, ob noch Szenen kommen werden, wo wir dann tatsächlich alle irgendwie nach der Folge vor Google sitzen und sagen, Moment, was war denn nochmal genau gesagt? Ja, man wird es sehen. Also, ja gut, da habe ich da nicht so drauf geachtet, aber ja gut, ich meine, was soll er jetzt großartig zu einem Baum sagen, ne? Aber, ja gut, es ist ein Ball. Ja, aber allein die Tatsache, dass sie sich halt aktiv dagegen entscheiden, solche Dinge zu übersetzen, regt mich als Zuschauer schon wieder auf. Vielleicht haben sie einfach gepennt, also gern mal eine Mail an Amazon. Wir springen dann zurück zu, oder habt ihr noch was zu der Szene, ne? Nö, nö, da wollte ich schon rüber nach Nomenor, wo Galateriel ausgebüxt ist und von den Wachen gesucht wird. Ja, ausgebüxt. Will sich ein Schiff klauen. So ein bisschen Jack Sparrow-mäßig, ne? Ja, wird allerdings von Elendil wörtlich nur aufgehalten und er spricht sie auf Elbisch an. Und sie ist total baff. Genau. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es so im Detail ist, das Gespräch, aber es geht darum, also sie wundert sich halt, dass er Elbisch kann und er dann so, also da, wo ich herkomme, halt der westliche Teil der Insel, da spricht man das noch ganz viel und insbesondere in der Halle der Weisheit wird das sogar noch geleert. Und dann hört sie, oh, Halle der Weisheit, da ist eine Bibliothek. Da kann man dann endlich rausfinden, was dieses Symbol bedeutet, was sie schon die ganze Zeit mit sich rumschleppt. Und sie ist auch total hingerissen, als er dann, also sie fragt hat, wie kommen wir da hin? Ja, wir müssen so und so viele Tage reiten. Und sie so, oh, reiten. Und ich weiß ja nicht, also für mich wurde es eigentlich vorher nicht etabliert, dass Galadriel noch nie geritten ist. Ich kann es mir ehrlich gesagt auch schwer vorstellen. Ich glaube nicht, dass sie noch nie geritten ist. Ich glaube, vielleicht ist sie einfach nur längere Zeit nicht mehr geritten. Oder vielleicht ist es einfach etwas, was sie sehr liebt. Ja, das kann ja gut sein, aber ich fand es tatsächlich, also die Szene, die wir dann sehen, also es sind schöne Aufnahmen, aber ich muss sagen, diese Zeitlupenaufnahmen, wo sie reitet und dann wirklich schon so Mittelerde-Ghost-Ost-Wind, also das fand ich leider völlig blöde, muss ich sagen. Da stimme ich dir endlich mal zu. Ich fand das ein bisschen albern. Das war deplatziert. Das war richtig deplatziert. Ja, ich habe die Bedeutung verstanden, aber das hätte man ein kleines bisschen besser rüberbringen können. Guttiler. Ja. Ich wollte auch gerade sagen, so habe ich es auch verstanden, dass sie das liebt zu reiten, ja. Das war wirklich so eine Extremzeitlupe, wo ich mir dachte, äh, Guest Directed by Zack Snyder oder was? Ja, da passt das Colorgrading nicht. Aber nee, es war wirklich, also wir haben ja wirklich in Zeitlupe erstmal Aufnahmen, wie irgendwie die Hufen von dem Pferd durch den Sand gehen und ich dachte mir so, generell dachte ich mir so, bei der Szene sind wir jetzt gleich im Planet der Affen so ein bisschen und dann, ach nee, also auch dann diese Pose, wie sie da sitzt und so grinst, das sah scheiße aus, wirklich. Also ich finde, man hätte einfach die Zeitlupe weglassen müssen, dann wäre es schon okay gewesen, weil diese Zeitlupe war das, was mich so aufgeregt hat an dieser Szene eigentlich. Genau, diese Pose, das ist, das ist diese, das ist die, das ist die Art von Szene, die genauso wie bei Rückkehr des Königs, wenn Frodo da im Bett aufwacht und er und Gandalf sich anlachen, machen so dieses, dieses, dieses Hopporn-Lach-Porn. Ich weiß, ich weiß, aber das ist eben eine, die dann auch sehr oft parodiert wurde und das ist so der Kandidat davon, das wird garantiert auch irgendwie zu Tode gemimt, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, das ist das erste Mal in dieser Serie, dass wir Pferde sehen. Oh, das war das erste Mal tatsächlich? Ich bin mir ziemlich sicher. Doch, doch, doch. Es könnte gut sein, dass wir vielleicht welche im Hintergrund gesehen haben bei dem Menschendorf da, aber ansonsten ist es glaube ich das allererste Mal, dass wir Pferde sehen in dieser Serie, weil es gab in Episode 1 und 2, ich hatte auf Twitter so gesehen, wo sind die Pferde? Leute hatten, Leute hatten sich beschwert darüber und ich dachte mir, es kommen definitiv noch Pferde, weil wir sehen im, im Trailer sehen wir eine Kavallerie. Ja, sie mit Pferd, also bitte. Ja, ja, aber halt, aber es war schon sehr interessant, das ist wirklich das erste Mal, dass wir, dass wir eine Reiterszene haben. Ja, aber mit Galadriel, also das, dass die da, also klar, dass die lange nicht mehr geritten ist und so weiter, aber jetzt mal ehrlich, die ist eine, also klar, es ist die junge, in Anführungsstrich junge Galadriel, ja, sie ist noch irgendwie, er ist ein paar tausend Jahre alt und nicht fast zehn, aber jetzt mal ehrlich, die sitzt da wirklich wie, also es tut mir leid, ich muss, ich muss an sowas wie Ostwind denken und Galadriel hat ja auch eine gewisse Eleganz, also, hm. Es ist einfach nur eine unglückliche Inszenierung, daran liegt. Ja, ja, was man, ich finde, was ich übrigens noch ergänzen möchte und was man aber auch deutlich sieht und ich glaube, diese Szene ist eben dafür darum, das zu unterstreichen, Du sagst es, Galadriel ist jünger, eine sehr viel jüngere Galadriel, als wir sie dann später kennenlernen, aber ich finde auch eine sehr viel unreifere Galadriel, was man an vielen Dingen sieht. Zum einen finde ich die Art und Weise, wie sie Miriel begegnet, eben dieses typisch Arrogante, ich finde, dieses legt sie so ein bisschen dann auch ab, also dieses auf Krawall gebürstet sein und eben nicht nachgeben und nicht diplomatisch sein, da sehen wir später, dass sich das, finde ich, ein bisschen geändert hat. Und das ist ja auch oft ein Ding, das man in der Jugend hat. In der Jugend denkt man ja, man, irgendwie, die Welt gehört mir und ich hab immer Recht. Also das ist auch sowas. Und ich finde auch sehr schön, das nochmal rausgearbeitet in dem Gespräch zwischen Elendil und ihr, weil Elendil ja zu ihr sagt, das hab ich mir extra notiert, das fand ich so ein schönes Zitat, I have a daughter who runs fast and a son who runs blind, bear a striking resemblance to both. Sprich, du bist halt jung und er hat jetzt nicht, also sinngemäß hat er gesagt, du bist jung und dumm und übermütig und ja, so. Und ich finde, obwohl sie ja so viel älter ist als er, wirkt er in diesem Moment, finde ich, echt wie so der weise Vater, der halt einfach mehr Ahnung hat vom Leben und mehr Erfahrung hat und ihr einfach da den Radschlag gibt, jetzt reiß dich mal ein bisschen zusammen. Und das finde ich halt, fand ich wunderschön da rausgearbeitet. Und in der Kombination mit dieser Szene dann, dass sie eben so jugendlich, ja, ungezügelt tatsächlich auf dem Pferd dann da reitet und sich so freut und so, ja, das unterstreicht es so ein bisschen. Ich glaube, dafür ist diese Szene ursprünglich da. Eben, gegen die Idee, gegen die Idee hab ich auch nichts. Das ist halt, wie gesagt, ein Fehler der Inszenierung. Das hätte man eleganter machen können. Und ja, ansonsten auch der Dialog von Elendiel sehr im Geiste von Tolkien allgemein. Ja, das stimmt. Aber es ist, vielleicht liegt's auch bei mir daran, also dieser Kontrast bei der Darstellung jetzt auch von Morfett Clark ist vielleicht auch ein bisschen sehr hart, weil ich muss zugeben, ich hab auch so ein bisschen, es liegt vielleicht nicht an ihrem Schauspiel, sondern eher, wie ihre Figur geschrieben ist, weil die ist wirklich schon sehr, sehr stoisch. Und dann halt dieses, das ist ein zu harter Bruch an der Stelle. Ein bisschen zu sehr, man hätte sich, ja, man hätte ein bisschen, wie gesagt, man hätte es ein bisschen anders inszenieren sollen. Ja. Naja, aber gut, wir beißen uns da jetzt nicht fest. Da wäre es in Ordnung gewesen. Auf jeden Fall sehen wir diesen Turm dort. Aber ich glaube, wir gehen auch nicht hinein. Wir sind da nochmal woanders vorher. Genau, wir gehen nochmal hinüber zu Hallbrand, der ja zurückgeblieben ist in der Hauptstadt. Und ja, der will einen Job in der Schmiede haben. Stimmt. Stößt dann aber, glaube ich, auch auf Widerstand von wegen, ja, du kannst hier gar nichts, weil du hast kein Gildesiegel und du hast das und das nicht, also verpiss dich hier. Also geht er dann irgendwie, ich glaube, er isst dann irgendwo was. Ja, er isst etwas, ein paar Männer sprechen darüber von Ario, bist auch der Fremde. Hatte sowas von Kriegsfilmen in einem Feldlager irgendwie, ne? Ja, genau. Die wollen sich mit ihm anlegen, er sieht, oh, einer von denen hat das Gildenzeichen, macht sich gut Freund mit denen. Ey, Leute, kommt. Und da ist wieder so dieses, 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 dieses Wachbuckling-Effekt ist da bei ihm. Ja. Deswegen komm, ich gebe einen aus, lass uns gut Freund sein. Ich habe mich gar nicht dafür bedankt, dass ich hier sein darf. Auf jeden Fall wird das so ein bisschen getrunken und gefeiert. Er klaut dieses, äh, dieses Abzeichen, wird allerdings erwischt und, äh, die drängen ihn in eine Ecke, wollen ihn vermöbeln, aber er vermöbelt sie und, äh, das auf eine Art und Weise, wo ich auch dachte, fuck me, jetzt schon wieder Guest-Directed bei Zack Snyder ein, bricht er den Arm. Ja, das war echt so, da, da wusste ich sogar echt so ein bisschen an Snyders Batman denken. Das ist eben ganz genau das, das, ja. Da weiß ich nicht, ob ich das geil finden soll oder weniger geil. Also, da bin ich uneins. Weil ich Hallbrand mittlerweile irgendwie doch ganz gerne mag. Das, das zeigt eben auch diese Seite, okay, der Typ weiß ich zu wehren und, äh, ist auch gut, ist auch, ist auch gut inszeniert und alles. Auf jeden Fall wird er dann aber, äh, in die Ecke gedrängt von mehreren Speerträgern und dann sehen wir erst mal nichts mehr von ihm. Ja, was man da noch sagen kann, anfangs provozieren ihn ja diese Menschen auch, äh, die bezeichnen ihn unter anderem als Niedermenschen. Also, von wegen, er ist ja nur ein Gewöhnlicher, er kommt ja nur aus den Südlanden und die Numenora, die sind, natürlich sind die auch Menschen, aber die sind schon besondere Menschen, weil deren, äh, Blut hat sich im Verlauf dessen und natürlich auch im Hinblick darauf, dass sie, äh, äh, hier diese Insel bekommen haben. Also, da wird dann später noch mal drauf eingegangen, weil hier wird ja auch mal kurz so bei Elronds Zwillingsbruder gesprochen. Und von dem stammen sie ja ab und deswegen haben die Numenora, äh, ein relativ langes Leben. Äh, das wurde ja auch schon in, äh, in Herr der Ringe angedeutet, wo dann in der Extended Szene, äh, tatsächlich Aragorn erzählt, ja, ich bin 87. Ja, ja, also ungefähr dreimal so lang wie die reguläre menschliche Lebenszeit. Genau. Ja. Ich hab noch kurz ne Frage, ich hab noch kurz ne Frage zu Heilbrand. Nehmt ihr ihn, ihm denn ab? Denn da war ich mir nicht sicher, ob ich ihm das wirklich glaube. Er sagt ja vorher zu Galateriel, er möchte einen Neustarten und vielleicht kann er diesen Neustart hier, äh, auf Numenor bekommen. Und dann haben wir ja in der nächsten Szene die Szene, dass er eben in dieser Schmiede steht und sagt, er möchte in der Schmiede arbeiten als Schmied. Und ich so, hat er in seinem Leben jemals überhaupt, äh, also, weiß der das tatsächlich? Behauptet er das jetzt nur? Also, ich fand das irgendwie komisch. Nehmt ihr ihm das ab, dass er das wirklich wollte? Ja. Okay. Eigentlich ja, weil der wirkt, der wirkt ja relativ getrieben in dem, in dem Sinne. Und, äh, der wirkt wie so ein Überlebenskünstler irgendwie, ne? Und das, das unterschied etwas zu sein, was er, wovon er vielleicht etwas versteht oder glaubt, dass er es versteht, ähm, wenn er sich unbedingt genau das aussucht. Also, ja. Okay. Fand ich, fand ich auch glaubwürdig, tatsächlich. Also, man, man merkt, der spielt auch irgendwie immer so sich zur nächsten Hürde vor, ne? Und versucht sich dann irgendwie rauszuwinden oder rumzulavieren. Also, ja, wirklich ein Überlebenskünstler. Es hat halt sehr, ähm, bei ihm hat's so ein bisschen den, den, ach nee, dazu komm ich lieber später. Ähm, ja, aber das, das hat er, das, das bringt er alles, äh, sehr gut rüber. Und, ja, er nimmt hier definitiv ein paar mehr Dimensionen an und, und wird auf seine Art liebenswert. Ähm, aber ist dann die nächste Szene die, wo sie im Turm sind? Das ist, äh, die mit Elendil und Galadriel, genau, äh, die dann ja in dieser riesigen Bibliothek sind, wobei so riesig ist sie. Ja, okay, die ist schon beeindruckend, aber ich hab halt die in Game of Thrones gesehen und, äh, dagegen stinkt die hier leider ab. Aber die sind halt in einem, in einem der Räume einfach nur. Ja, ja, genau. Ich kann mir vorstellen, das geht da so ein bisschen weiter. Ja, aber sie reden auf jeden Fall über, über Elrons Bruder, wir sehen da so einen schönen Wand, äh, behangen. Sie reden so ein bisschen über dieses ganze Zeug und sie möchten natürlich auch wissen, hey, könnt ihr mir hier etwas vielleicht über dieses Zeichen sagen? Und tatsächlich, äh, findet, äh, der dortige Bibliothekar findet etwas darüber, so ein Bericht von einem Gefangenen irgendwie. Mhm. Und, äh, es stellt sich heraus, dass unsere Vermutungen falsch waren. Ähm, denn wir dachten ja, wir hatten ja dieses Symbol gesehen und dachten, oh ja, Saurons Auge. Es ist nicht Saurons Auge. Nein. Und das fand ich ziemlich clever, denn tatsächlich. Oder es ist auch Saurons Auge. Sowohl als auch, ja, vielleicht schon. Aber sowohl, aber tatsächlich in erster Linie dient es hier, es dient als Wegweiser, aber nicht exakt, sondern es ist ein Teil einer Karte. Es formt tatsächlich grob den Unriss, äh, eines bestimmten Gebietes. Ein bestimmtes Gebiet, was wir sehr gut kennen, nämlich, äh, das spätere Mordor, ne? Ja. Genau, und da wollte ich nämlich gerade fragen, äh, weil es läuft hier immer ja die ganze Zeit unter Southlands und ich dachte so, Moment mal, ist das Mordor? Oh, Fragezeichen. Ja. Okay, was ist das? Also die Südlande, die liegen ja, also das hat man ja gesehen, die liegen ja noch so dahinter eigentlich. Die liegen ja noch weit da, wo eigentlich schon die Gebirgskette, äh, durch die Mordor ja so eingeschlossen wird, endet. Ja gut, das ist halt der Teil mit der, mit dem Gebirge, das ist halt quasi Mordor. Das war ja auch, warum er das überhaupt erst ausgewählt hat, ja, okay. Das geht ja schon so Richtung Harad, ne? Ich meine, dieses Dorf heißt ja Tierharad, wobei ich da immer noch nicht schlau draus werde, ob das jetzt Ostlinge oder, oder Südländer sein sollen, weil Südländer sind Haradrim. Ich schätze mal, es ist eine Mischung, es ist so ein, es ist so ein, so ein gemischtes Dorf gewesen. Ja, ja, sie haben vielleicht beide Stämme haben sie vielleicht irgendwie, oder Völker haben sie irgendwie so ein bisschen, bisschen fusioniert hier in der Serie, um das vielleicht auch ein bisschen zu vereinfachen. Das könnte auch gut sein, ja. Ja, aber auf jeden Fall, ähm, fand ich das eine sehr nette Enhüllung, wo ich dachte, oh, okay, das ist clever. Und vor allen Dingen ist ja, wird im Grunde uns ja nichts Neues erzählt. Sie kriegt ja genau das raus, was wir ja wissen, nämlich, dass offensichtlich sie ein eigenes Reich schaffen wollen, wo das Böse gedeihen kann. Und was ist das wohl? Ja, und dass der Nachfolger von Morgoth eben… Errichten soll im Falle einer Niederlage seines Herrn. Genau, und wir wissen, wer der Nachfolger von Morgoth ist, wer der zweite dunkle Lord ist, ja, also, dunkle Lord, jetzt bin ich vom Bestand, also wird der zweite dunkle Herrscher. Und klar, das ist Sauron, ja, also, und sie ist ja die ganze Zeit auf der Suche nach Sauron, aber das, das halt, aber ich glaube, sie sucht noch eigentlich den Diener Morgoth und das besagt der Diener, switcht jetzt zum Herrscher und, weißt du, also, weil sie sagt, es ist schlimmer, als ich gedacht habe. Ja. Und da dachte ich so, ja, hm. Bei dunkler Lord denke ich aber auch noch an was anderes. Ja, ach, wir haben bald alle Franchises zusammen. Oh, vor der Gedanke. Ja, passt ja durchaus auch ganz gut. Worüber ich nur so ein bisschen gestolpert bin, also, da ist ja irgendwie so ein Sperrbericht aus einem feindlichen Verlies, den sie da irgendwie vorgelegt bekommen und der ist verfasst in schwarzer Sprache. Da müssten dann vielleicht Leute, also, falls hier welche zuhören, die auch so ein bisschen firm in der Lord sind oder vielleicht noch ein bisschen mehr als ich, ob es da überhaupt schon schwarze Sprache gab, weil die wird ja in erster Linie mit Mordor assoziiert und Mordor gibt's ja in der Form hier zumindest noch nicht. Also, gut, das Land heißt auch, glaub ich, schon so, bevor sich Sauron da niederlässt. Aber die schwarze Sprache gab's hier, glaub ich, in der Form noch nicht. Aber, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben. Was aber noch ganz wichtig ist, in der Szene vorher, äh, sie sehen ja da diesen Wandbehang und ich muss sagen, da war ich erst noch ein bisschen verwirrt, warum ist da ein Bild von Elrond? Aber ja, klar, das ist ja der Zwillingsbruder von Elrond, Elros, den ich ja erwähnt hatte. Mhm. Und von dem dieses ganze Königsgeschlecht abstammt, man muss ja wissen, Elrond und Elros sind tatsächlich Halbelben und bei Halbelben, das haben wir ja in Herr der Ringel gesehen, ist das ja so, dass sie sich ab einem bestimmten Zeitpunkt ihres Lebens dazu entscheiden müssen, ob sie jetzt das Leben eines Sterblichen oder eines Unsterblichen, also Elben haben wollen. Und Elrond hat sich für das elbische Leben entschieden, also für die Unsterblichkeit und Elros für die Sterblichkeit. Und er ist aber trotzdem, ich glaube, der hat irgendwie, also das war der erste König von Numenor, der hat dann unter anderem Namen geherrscht, der ziemlich albern klingt, deshalb lasse ich den jetzt. Der hat irgendwie, hatte ich gelesen, 450 Jahre hat der geherrscht. Also der ist auch überdurchschnittlich alt geworden für einen Menschen und dadurch ist eben dieses Geschlecht von Numenor so langlebig unter anderem. Was hier aber auch noch Erwähnung findet, weil Galadriel ist dann ganz überrascht, dass halt generell es noch überhaupt welche auf Numenor gibt, die den Elben die Treue halten. Also ich, nee Quatsch, genau, Elendir sagt dann von wegen, eigentlich hätte diese Bibliotheke schon längst zerstört sein können oder was auch immer. Und unser eigentlicher König, der hat den Elben die Treue gehalten und wir haben ihn dann gezwungen, auf den Thron zu verzichten. Und seitdem verweilt er, oder es heißt, er verweilt in einem Turm als Verstoßener unter seinem eigenen Volk. Und das wird tatsächlich, glaube ich, nochmal sehr wichtig. Ja. Ne? Genau, das sind alle Infos, die wir kriegen. Dann eine sehr seltsame Überleitung, nämlich mit ominösen, gruseligen Chor, aber tatsächlich gehen wir rüber zu den Haarfüßen. Ja, ein bisschen random, wie ich fand. Wobei, du fandst den gruselig. Ich finde, also das ist, ich habe auch erst gedacht, okay, aber ich meine, das ist, glaube ich. Man denkt am Anfang. Das sind die Orks. Ich glaube, das ist Erntedankfest, dass sie da feiern. Ja, natürlich, natürlich ist es das, aber halt am Anfang ist es halt so, ist es halt so ominös. Und sie tragen ja auch teilweise so wilde Masken. Und ich glaube, am Anfang soll man kurz denken, oh, sind das die Orks? Aber nein. Okay. Aber ja, die feiern dort ihr Fest, das Fest, worüber sie auch geredet haben. Und da kriegen wir auch richtig schön so deren Motto so zu hören, halt, niemand verlässt den Pfad und so weiter. Und das zeigt eben noch ein bisschen mehr über deren Kultur. Mich hat das erinnert an, ich weiß nicht, ob jemand von euch die Klippenland-Chroniken-Bücher kennt, Twig im Dunkelwald und so weiter. Weil die, da gibt es die Waldrolle und die verlassen eben auch nie den Pfad. Das ist so deren einziges großes Motto. Und das hatte mich so ein bisschen daran erinnert. Die haben auch so ein bisschen so diese Vibes. Aber auf jeden Fall findet dort dieses Fest statt. Und Noris Vater macht sich Sorgen wegen seinem kaputten Fuß, dass er, dass sie vielleicht zurückgelassen werden, weil... Und dass er den Wagen nicht mehr ziehen kann. Genau. Und das ist halt so ein bisschen, so ein bisschen schwierig allgemein. Und sagen sie, ach komm, die Nori hilft uns doch, wenn sie sich was in den Kopf setzt, dann schaffen wir es. Und sie hat sich was in den Kopf gesetzt. Und zwar, sie möchte dem Fremden gerne helfen mit den Sternen und braucht dafür aber das besondere Buch von dem Stammesführer. Sadok. Ja, von Sadok. Welcher großer Schock, weil wir hatten ja kurz über Lenny Henry geredet. Ich habe es vor kurzem rausgefunden. Er ist auch die Stimme des Schrumpfskorfs aus Harry Potter 3. Und das hat mir doch einen großen Schock versetzt. Das hört man aber, oder? Ja, echt, ich fand, das hört man nicht. Der hatte so eine eingängige Stimme. Ich finde, das ist schon sehr prägnant. Er hat eine sehr besondere Präsenz. Und hier auch definitiv eine sehr, sehr schöne Szene, weil sie steigt in seinen Wagen ein, versucht das Buch zu kriegen, hat auch ihre Freundin entsprechend eingeweiht. Und sie versucht ihn... Ganz ehrlich, ohne Poppy wäre doch Nori schon dreimal aufgeflogen. Also das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen eine Mary Pippin-Spiegel, finde ich. Also so, ja. Ja, vor allem ist mir in Poppy eins aufgefallen. Also ich gucke es ja sowohl immer erst im Originalton als auch auf Deutsch. Und kann das sein, dass sie im Deutschen anders heißt? Irgendwie Maxia oder sowas? Ja, genau, Maxi, glaube ich, haben sie es verändert im Deutschen. Ich finde es so schade, weil die haben ja Blumennamen. Das ist ja Absicht. Ja, ja. Weil die Hobbits ja Blumen eben, also Blumensprache ja, also das ist ja deren Sprache. Ja, Ella, Noah, ne? Ja, und Poppy ist halt Mohn, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und dass sie nicht irgendwas hat, was dann da irgendwie angelehnt ist oder so, das finde ich so schade. Das geht verloren. Das haben wir auch, Marigold ist die Mutter, also das sind alles Blumennamen. Ja, das ist schade, ne? Das hat mich kurz verwirrt und Marigold, Moment, ist das, oh, Witcher. Jetzt haben wir ja ich bald alle Franchises hier drin. Lustigerweise, weil Lenny Henry wird in dieser Witcher-Spinoff-Serie auch mitspielen, habe ich gesehen. Ach, okay. Also ist da eine weitere Verbindung dann, Witcher-Blood-Origins oder wie auch immer es heißt. Diese Prequel-Serie, ne? Ich muss tatsächlich sagen, dass ich es überraschend finde, wie die Vor-Hobbits, wie die dargestellt sind. Ich habe mich sehr gefreut, als ich gehört habe, dass wir hier in die Zeit zurückgehen in der großen Wanderung, was ja sozusagen die Vorgeschichte der Hobbits ist, bevor sie eben ja ihr Plätzchen in der Welt gefunden haben, das Auenland, sind sie ja gewandert. Also, dass sie dieses normalische Leben hatten, das wussten wir ja. Und dass es sehr entbehrungsreich war und so weiter. Ich hatte mich ein bisschen gewundert, dass die Gruppe so klein ist tatsächlich. Ich hätte eine größere Gruppe erwartet, aber nichtsdestotrotz. Ich fand gut, dass wir diesen Zeitpunkt geschildert bekommen. Was mich gewundert hat und ich finde, das sieht man halt jetzt gerade mit diesem Szenario sehr deutlich ist, wie grausam und harsch dann doch dieses normalische Leben ist. Dass Leute eben einfach zurückgelassen werden. Denn normalerweise kennt man ja, ich sage jetzt mal die Hobbits so, dass irgendwie jeder jedem hilft und sie halten zusammen und zusammen schaffen wir das schon irgendwie. Und hier ist es ja tatsächlich so, die Leute werden dann einfach zurückgelassen. Und zwar auch, wenn man sie nicht zurücklassen müsste, weil man eben die Gefahr läuft, dass man selber dann vielleicht am Ende in Mitleidenschaft gezogen wird. Ich meine, wenn man zurückgelassen wird, weil man jetzt ertrinkt oder ein Erdrutsch irgendwie runterkommt oder was auch immer, das wird ja alles aufgezählt in dieser einen Trauerszene, die wir dann später noch sehen. Das ist was anderes. Aber offensichtlich werden ja auch einfach Leute zurückgelassen, die ganz am Ende von diesem Zug sind und einfach nicht mehr hinterherkommen. Und da würde es ja wirklich nicht wehtun, einfach ein bisschen langsamer zu laufen. Oder aber mitzuziehen oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, ich muss sagen, ich fand die Stelle tatsächlich auch echt ein bisschen befremdlich irgendwo schon. Das hat mich sehr denken lassen an, dazu muss ich sagen, das ist einer der Gründe, warum ich den leider überhaupt nicht leiden kann, diesen hier Disney, Disneys Dinosaurier, wo die ja auch so eine Wanderung machen und dann auch irgendwie einfach die anderen Tiere irgendwie zurückgelassen werden und hier Survival of the Fittest und so. Aber für einen Kinderfilm fand ich das schon ganz schön hart. Das ist sowieso ein dummer Drecksfilm. Ja, also den mag ich wirklich überhaupt nicht. Und das fand ich eine wirklich harsche Message schon in dem Film. Und jetzt hier, das hatte irgendwie, weil er es, weißt du, in der ersten Folge wird das irgendwie so halt die Teite gepredigt. Ja, wir Haarfüße, wir sind füreinander da und keiner wird zurückgelassen und alle bleiben hier im Glied und so. Und dann tanzt man irgendwie einmal aus der Reihe und wird dann irgendwie auch ein Stück weit sich selber überlassen. Ja, es ist schon eine überraschende Seite von all dem. Aber das ist so eben dieses auch Fluchtinstinkt und so weiter. Ja. Dieses ganze Ding. Das Einzige, womit ich mir das halt erklären kann, ist eben dieses, wir haben über viele Jahrzehnte eben die bittere Erfahrung gemacht, wenn wir helfen oder selber versuchen irgendwie einzugreifen, dann gehen wir selber drauf. Und die bittere Konsequenz daraus ist diese Regel, wer es nicht alleine schafft, aus eigener Kraft, der bleibt halt einfach liegen. Und das finde ich halt, also das ist halt, das soll uns natürlich die Grausamkeit dieses Nomadenlebens vor Augen führen. Aber es hat mich trotzdem sehr, sehr überrascht. Gerade auch, es wird ja auf der anderen Seite auch eben gezeigt, dass ja alle zusammenhalten und sie sich alle mögen und so weiter. Deswegen passt es nicht so richtig, finde ich. Nee, es wirkt so ein bisschen, also dazu muss ich sagen, ich fand diese Szene, wo die dann da irgendwie stehen und dann so den Toten aus diesem Buch der Vergessenen, was er dann Sardog da vorliest, Gedenken, die fand ich eigentlich, also die fand ich eigentlich wirklich gut. Vor allem Witter an einer Stelle kommt dann richtig durch, dass Poppys gesamte Familie, glaube ich, tot ist. Richtig, bei einem Erdrutsch. Oder Steinschlag oder was auch immer. Genau, Erdrutsch im Regen oder sowas. Genau, richtig. Und zwar alle. Und ich dachte, verdammt nochmal, ey. Nee, also das tat mir wirklich. Und ich fand, die Schauspielerin hat das in dem Moment aber auch ganz großartig gespielt, wie sie da saß. Und du hast diese Tränen in den Augenschimmern sehen und sie wollte aber nicht weinen. Und es war so, ich so, oh Gott, mein Herz. Ich fand das sehr, sehr mitreißen. Das hat sie ganz toll gespielt. Wir haben davor aber halt noch die Szene und die fand ich für sich genommen, ja, ich weiß nicht, das war vielleicht auch ein sehr harter Bruch von der Tonalität her, weil davor haben wir diese Szene, wo Poppy dann Schmiere steht. Also sie muss sich ja erst überreden lassen von Nori und die schleicht dann irgendwie in Sadoks Hütte oder was das ist. Kabuff, keine Ahnung. Genau, in seinen Wagen. Dann kommt aber Sadok zurück und Poppy steht ja, wie gesagt, Schmiere und ruft dann irgendwie so ganz laut, dass er jetzt kommt. Also halt so total auffällig. Nori sitzt dann, glaube ich, unterm Tisch und versucht, sich dieses Buch zu krabbeln. Und das fand ich auch ganz gut, dass, also klar, irgendwo ist das total dick aufgetragen, aber dass Poppy sie dann halt mit ihren Kommentaren an Sadok dazu irgendwie anleitet, wo sie jetzt ihre Hand hinstrecken muss, damit sie dieses Buch zu packen kriegt. Das fand ich ganz cool. Ja, es ist eine clevere kleine Sequenz und sie findet, was sie sucht, findet diese Bilder. Er möchte es natürlich dann später dem Fremden geben. Er kommt ihr aber zuvor, weil er ins Lager eindringt und während sie dort ihre kleine Gedenkfeier haben, was auch halt wirklich eine sehr bewegende Szene ist, er liest das Zeug, das Feuer reagiert so ein bisschen darauf. Ja, er hält es fast rein, glaube ich, fast ähnlich, ne? Er hält es tatsächlich rein, weil dann etwas davon fängt Feuer, er stolpert herum, platzt da rein, alle erschrecken sich ganz furchtbar, wo man dann auch sieht, auch die Kleidung ist so ein bisschen darauf angelegt und der Kopfschmuck, dass sie dann so aussehen wie kleine Grashügel. Ja, ja, das sieht man ganz, ganz am Anfang, als wir in der allerersten Szene ihnen begegnen, da krabbeln sie ja auch unter diesen versteckten Grasdecken hervor. Also das ist ja wohl deren... Ja, das ist alles sehr, sehr hübsch gemacht. Auf jeden Fall sind alle total erschrocken. Er verrät sie, weil er ihren Namen sagt und dann, ach, scheiße. Weißt du, jetzt kann er nur zwei Wörter, Freund und Nori. Und genau die beiden, weißt du, verdammt nochmal. Und er zieht sich auf jeden Fall zurück. Sie haben natürlich Angst und so, rügen Nori. Und dann sagen sie, ja, zur Strafe. Also ihr kommt mit, aber ihr geht hinten an den Zug. Ihr bekommt den Wanderbann. Ja, was natürlich ein bisschen kacke ist. Und Nori tut es ganz, ganz furchtbar leid. Aber sie ist trotzdem vehement darauf bedacht. Ich kann fühlen, es ist besonders. Aber ich bin vielleicht nur dieser kleiner Haarfuß hier. Aber das war eine direkte Referenz auf die Bücher. Also wo sie dann irgendwie sagt, ich bin nur ein kleiner Haarfuß in großer, weiter Welt. Das ist exakt das, was Gandalf am Ende vom Hobbit sagt zu Bilbo. Von wegen, ich mag dich sehr gerne, aber du bist nur ein kleiner Bursche in einer großen, weiten Welt. Ja. Das war ein wortwörtliches Zitat. Ach, das kam ja sogar am Ende vom dritten Hobbit, glaube ich, vor, als sie sich verabschieden. Und wenn sich eben unsere Vermutung bestätigt, und das ist Gandalf, dann halt hat er dieses Zitat von ihr. Ja, das ist, oh, es tut mir leid. Also es deutet mittlerweile so viel hin. Wir hatten dich, Mensch, Brittenmarie, wir hatten dich noch gar nicht gefragt, was du für Vermutungen hast zum Fremden. Na, ich meine, Gandalf liegt halt auf der Hand. Also ich bin, ich denke, es wird auf jeden Fall ein Maja sein. Es ist die Frage, welcher. Gandalf würde... Auch ist es Saruman. Ich hätte tatsächlich gedacht, Radagast. Ja. Weil ja eben diese, diese, also diese Verbindung mit Natur und Tieren und, also und dem kleinen Volk und so, denn Radagast ist, glaube ich, auch ein Freund der Hobbits, wenn auch zu anderen Zeiten. Nichtsdestotrotz, ich vermute, es wird Gandalf sein, weil das halt der Zauberer ist, den man kennt, Radagast ist halt, finde ich, durch die Filme so ein bisschen zu einer lächerlichen Stoner-Figur geworden. Schade eigentlich. Der Schauspieler ist sehr cool, Sylvester McCoy. Ja, und die ist sie im Buch auch eben nicht. Aber, ja, also ich denke auch, dass es, das ist, Saruman kann ich mir nicht vorstellen, optisch halt einfach nicht. Obwohl ja auch, wie alt. Ich glaube, da gäbe es durchaus eben freier Raum. Ja. Ja, also ich hätte überhaupt gar nicht an Saruman gedacht und als ich Twitter gelesen habe, dachte ich, ah, okay, ja, Saruman, ja, wie auch immer. Also, wer weiß, wer weiß, aber. Aber ich finde, es würde natürlich auch erklären, warum, warum Gandalf auch diese Affinität zu den Hobbits hat. Also es ist eben, weil es eben die erste Bevölkerungsgruppe war, die ihn willkommen geheißen hat in Mittelerde und die ihm geholfen hat, ohne dafür irgendwas zu verlangen oder zu erwarten. Ja. Also, dass dieses goldene Herz der Hobbits, das ja auch in Frodo steckt und in Bilbo steckt, das betont er ja auch immer wieder, Hobbits sind was Besonderes und ja, sie sind mehr als das Auge sieht und so. Ich finde, das zieht sich so ein bisschen durch. Ich möchte eine Sache noch ergänzen. Ich glaube nicht, dass sie noch wichtig wird, aber falls sie wichtig wird, möchte ich sie kurz erwähnt haben. Und zwar offensichtlich hatte ja der Vater von Nori, von dem ich nicht ganz genau weiß, ob er wirklich ihr leiblicher Vater ist. Das fand ich ein bisschen, hatte ja vorher wohl schon eine Frau oder Verlobte. Oder ich dachte erst vielleicht auch Tochter, aber ich glaube, es war tatsächlich eine Frau, genau Rose, die dann gestorben ist. Und danach hat er ja jetzt in zweiter Beziehung, ich weiß nicht, ob Ehe, aber auf jeden Fall Beziehung, ja, Marigold. Deswegen weiß ich auch nicht genau, ob das deren Tochter ist, Nori oder vielleicht sogar die Tochter von Rose. Also auf jeden Fall fand ich das noch interessant, dass wir da ein bisschen Vorgeschichte bekommen haben. Ja. Oh ja, also auf jeden Fall ein bisschen einfach nur so ein bisschen noch mehr so die Bindung aufzubauen, uns ein bisschen mehr noch an sie zu binden, damit sie uns noch mehr leid tun natürlich. Ja, vielleicht. Wegen diesen Umständen. Naja, gut, wir sind dann wieder in Numenor. Überraschung, Überraschung, wo wir einen Großteil dieser Folge verbringen. Oh ja, richtig, weil wir sind dann ja auf dem Marktplatz dort. Wo wir ein Marionettentheater sehen. Stimmt. Von Galadriel unter anderem. Eleni mit seinen Kindern, Isildur ist bei ihm, dann kommt später seine Tochter noch dazu. Sie reden über all das. Und Isildur ist total begeistert, dass irgendwie Galadriel jetzt da rumlatscht, weil er nennt sie, glaube ich, die Geistel der Orks. Na, weil er meinte doch, du bringst eine Elbe und wirst befördert, was denn das? Ja. Weil sie sind ja nicht gut, auf Elben zu sprechen, genau. Ja, und da geht es eigentlich so ein bisschen um, ah, ich muss sagen, ich fand die Szene, ja, also so von der Grundidee war das nicht verkehrt, aber ich fand die ehrlich gesagt so ein bisschen banal geschrieben. Weil das wirkt da halt wirklich wie so Family Issues. Die dient halt vor allem darum, die noch so ein bisschen mehr, deren Dynamik ein bisschen mehr aufzubauen und vor allem eben auch dann die Tochter noch mehr vorzubereiten für ein paar mehr Sachen, die dann auch noch kommen, weil wir dann halt erkennen, oh, sie wurde angenommen für eine bestimmte Gilde, worüber sie ganz erstaunt ist. Dann ist Isildur plötzlich verschwunden. Also wir sehen da, ja, wir sehen da gewisse Konflikte. Also es ist, denke ich, einfach nur dafür da, um alles so ein bisschen, um ein paar Sachen einfach noch vorzubereiten und dann wirklich, dass wir die wichtigsten Charaktere wirklich kennengelernt haben vor Ort ein bisschen mehr. Ja, ich fand so, wie gesagt, also das, ach, das hatte für mich echt schon so einen leichten Soap-Vibe an der Stelle. Und vor allem, vor allem hat Isildur, also erst führen die da eine total normale, also in Anführungsstrichen, normale Unterhaltung und dann haut Isildur irgendwie mittendrin so diesen, diese Trailer-Tagline raus von wegen, ja, die Vergangenheit ist tot, wir müssen weitermachen oder wir sterben mit ihr. Und ich dachte mir so, ah ja, so was sagst du abends am Abendbrottisch, also. Na, die sind doch so, die sind doch von den Elben beeinflusst, die sprechen so. Ja, aber die ganze, ach, also die Szene fand ich inkonsistent geschrieben, muss ich sagen, also ist, ist okay, es war jetzt nicht totaler Cringe oder was, aber so ein bisschen, ich dachte mir so, ey, komm, jetzt irgendwann, irgendwann kriege ich noch so eine Familien-Sitcom The Isildurs oder so, ey, also, naja. Aber was sie machen sollte, finde ich, hat sie gemacht. Ja. Sie hat eben den, den Konflikt in Isildur selber aufgezeigt, denn er möchte ja eben diese Laufbahn, die der Vater für ihn vorgesehen hat, nicht machen. Genau, er will diese Sehprüfung aufschieben. Richtig, und wir wissen ja auch, dass Isildur irgendwann dann später auch mal schwächelt, gegenüber der Macht des Ringes, etc., etc. Da ist die Frage, werden hier schon erste Keime gelegt, erste, erste, oder erste, genau, ich weiß nicht, also das ist so ein bisschen das, was ich darin lese und natürlich, klar, Vater-Sohn-Konflikt und die Tochter. Bei der Tochter bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher, was ich von ihr halten soll, außer, dass sie sehr selbstständig und gewitzt ist. Ja, eben, genau, das etablieren sie bei ihr sehr gut und ich denke mal, sie wird noch irgendwie eine wichtige Rolle spielen. Ich mag sie auf jeden Fall bisher so, so wie sie vorgestellt wurde. Ich wünsche, wir hätten noch ein bisschen mehr von ihr gesehen, aber das wird garantiert noch kommen. Ich würde mich auch nicht wundern, da sie ja jetzt in der Gilde der Architekten angenommen worden ist, ob wir nicht später vielleicht irgendwie noch eine Referenz bekommen, dass sie irgendwas Wichtiges gebaut hat, was wir kennen. Wahrscheinlich. Vielleicht, mal sehen, was vielleicht da noch irgendwie kommt. Kommt, auf jeden Fall verschwindet Isildur. Und danach, wo sind wir? Ach ja, danach gehen wir zu Galadriel, die den Kerker besucht, glaube ich. Genau, da sind wir im Knast und da ist auch, das ist sehr toll, also in so einem Schnitt haben wir dann sehr groß so eine Statue tatsächlich im Fokus und dieses, wie ich das gelesen habe, also auch wieder passend, das ist praktisch eine Personifikation des Meeres, also eigentlich fast wie eine Meeresgöttin. Was auch zeigt, dass der Ort nicht als Gefängnis gedacht war ursprünglich, ja. Genau richtig, dass er so zweckentfremdet. Ja, und Hallbrand, ja, sitzt im Knast, machen wir es kurz. Und Galadriel zeigt ihm dann diese Botschaft, die sie aus der Halle der Weisheit hat. Man muss dazu sagen, also sie ist sehr, sehr schnell hier wieder angereist, ne. Also sie ist ja wohl irgendwie mehrere Tage mit Isildur unterwegs gewesen. Nee, nee, sie hat gesagt, ein Viertel-Tagesritt hat er gesagt. Ach so, ach, ein Viertel, okay. Ich habe verstanden, ein Viertagesritt, okay, ja. Nee, und sie ist dann auch tatsächlich mit Eleni wieder hergekommen und wir haben ihn dann schon in der Stadt gesehen. Ja gut, stimmt natürlich, ja. Das ist auch die erste Szene, wo sie ein bisschen sanfter und verständnisvoller ist. Was ich sehr schön fand, weil sie halt auch so ein bisschen was über ihn herausgefunden hat. Genau, sie hat nämlich, ja, ich glaube auch in diesen Briefen oder was auch immer, hat sie ein Siegel entdeckt, was er ja trägt, also irgendwie ein Königssiegel. Und er fängt dann erst irgendwie an, ihr Lügen aufzutischen von wegen, ja, das habe ich einem Toten abgenommen. Und dann kommt halt so nach und nach raus, er ist anscheinend der verschollene König der Südlande. Unter diesem Siegel wurden alle Südlandstämme vereint und wie wir ja wissen haben, Halbrands Vorfahren, also direkte Vorfahren, Morgoth per Bluteid die Treue geschworen. Ja, und seine Sippschaft war eben auf der Seite der Verlierer, als Morgoth gestürzt ist. Was natürlich seine Aussage, als er das erste Mal auf Galadiel trifft, nämlich, dass er von Orks vertrieben worden ist, nochmal sehr, nochmal, also einen gewissen Twist gibt. Ja, interessant. Oh ja, und eben, wir haben hier so einen Star Wars Effekt, so Poetry, it rhymes, weil das macht, das macht, das macht seine Figur Aragorn ein kleines bisschen ähnlich. Ja, vielleicht war er ein bisschen zu ähnlich, finde ich. Also, dass wir dann gleich den König aufgesetzt bekommen, das fand ich ein bisschen, da haben sie gleich das große Besteck rausgeholt, ja, das musste nicht sein. Hätten sie jetzt gesagt, okay, er gehört irgendwie zur ehemaligen Königsfamilie oder ähnlich wie auch mit Elendil, dass sie sagen, okay, er gehört irgendwie zum royalen Geschlecht oder was auch immer, Cousin, Sohn oder so, ja, aber müssen wir hier gleich den verschollenen König präsentiert kriegen? Das war mir alles ein bisschen too much. Ja, das war, das war zu, in der Situation war es ein bisschen zu dick aufgetragen und es kam, es kam so plötzlich, also ich meine, ich fand diesen Kontrast ganz interessant, dass halt, also da, irgendwo gab es auch eine Verbindung zu dem König von Numenor, der ja irgendwie auch so ein bisschen so die, die Geisel in der eigenen Stadt ist, so ein bisschen, ne? Was wir dann, wo wir direkt in der nächsten Szene zu kommen. Genau, und das ist sicherlich auch kein Zufall. Da sehen wir dann nämlich, dass Miriel auf diesen Turm steigt und ich muss, ah, man muss echt sagen, also Numenor, da haben sie wirklich das mit Abstand Meister rausgehauen, was das Budget angeht. Also das ist, das, das sucht seinesgleichen, was sie hier präsentieren visuell. Und sie steigt auf diesen Turm und es wird, also ihr, ihr Vater wird, glaube ich, nicht mal wirklich gezeigt, der scheint irgendwie auch bettlägerig zu sein, aber ja, es ist jetzt irgendwie das eingetreten, was sie fürchteten, denn sie sehen ein Omen tatsächlich in Galadriads Ankunft. Ja, genau. Ja, und was mir so gut dabei gefallen hat, ganz am Anfang, als sie aus dem Turm rausläuft, da sagt ja dann, ähm, sagt ja dann ihr Berater so, ja, das ist doch nur ein Elb, also jetzt eine Elbin regt dich nicht auf. Und da sagt sie ja, ein, ähm, ein Stein reicht schon, um eine ganze Lawine auszulösen. Volklin. Und das in der Kombination mit dieser Szene, mit dem Puppentheater, das fand ich so schön, weil offensichtlich ja hier die Bevölkerung gezeigt bekommt, die Elben sind nicht die bösen Schreckgespenster oder, äh, die wir immer die ganze Zeit so vorgeführt bekommen haben, sondern vielleicht sind die einfach auch ganz normal, ja. Und dass das jetzt plötzlich wieder so eingeht in den Alltag, also in Form zum Beispiel von diesem Puppentheater, das fand ich sehr, sehr interessant. Also, dass da kein, dass die eben, äh, trotz ihrer Arroganz, äh, äh, positiv irgendwie belegt ist. Was mir da vor allem auch auffiel, als dann diese, kurz bevor diese Szene, äh, mit Elendil da zu Ende ist mit seiner Familie, da sieht man nochmal das Puppentheater und da spielen die bereits auch Galadriels Ankunft bei der Königin nach. Ja. Übrigens auch sehr spannend, die Frage, wer hat hier wessen Fäden in der Hand? Ja, richtig, ja, aber auf der anderen Seite habe ich mich so ein bisschen gefragt, wenn hier Elben so tabu sind, dann müsste das ja eigentlich auch tabu sein, sowas aufzuführen, ne? Aber ich meine halt, wenn da solche Street-Performer und die, und das ist dann sofort so diese, das kannst du so ein bisschen verstehen wie so die, 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 die Tabloids, weißt du, wie dann halt, oh, es gibt dieses, oh, die Elben ist hier und so weiter, komm, wir, wir, verwussten das hier direkt in unsere, in unserer Form der News und bringen das unters Volk und machen so unsere Interpretation davon, bla, bla, bla. Ja, ich hätte halt gedacht, dass sowas halt irgendwie unterbunden wird, ne? Ich meine also, wie man das zum Beispiel auch in Diktaturen kennt, also. Es ist ja eine große Stadt. Ich habe jetzt trotzdem nochmal eine Frage und zwar, sie sitzt ja dann da oben in diesem Turm und dann macht sie ja, ich kriege die Bemerkung nicht mehr zusammen, die sie da genau macht, aber offensichtlich hat ihr Großvater ja, also nicht ihr Vater, sondern ihr Großvater ja irgendwie das Verdikt erlassen, dass eben nicht mehr mit Elben kommuniziert werden soll? Da, da ist hier diese Szene auch, glaube ich, vorher mit Isildur, äh, mit Elendil, wo sie sagt, meines Urgroßvaters, Großvater oder so ähnlich, also sehr über Dreiecken, also das war auch ein bisschen verwirrend, wenn ich ehrlich bin. Ja, also auf jeden Fall eine lange Zeit gibt es eben diese Kommunikation mit den Elben nicht mehr, aber jetzt im Turm macht sie doch auch so eine Bemerkung und ich glaube, war die nicht auf ihren Großvater irgendwie gemünzt? Ich müsste es nochmal gucken, was sie da genau sagt. Aber wo ich auch kurz gestockt habe und gesagt habe, Moment mal, da steckt offensichtlich noch mehr dahinter, da muss noch irgendwas im Hintergrund laufen, von dem wir noch nichts wissen. Ja, vor allem, ich habe ja die Folge zweimal gesehen und ich hatte dann da, also es ist eine extrem kurze Szene, leider. Und auch so ein bisschen Teaser-Cliffhanger-mäßig, das scheint die Serie sich irgendwie gerade sehr anzueignen und es gefällt mir leider nicht so gut. Aber ich habe es tatsächlich beim ersten Mal insofern falsch verstanden, weil ich dachte, das wäre jetzt Farazan und den haben wir ja vorher schon gesehen. Ich hoffe, dass man noch viel, viel mehr von dem sehen wird, aber der ist ja nur ihr Kanzler. Ja, also ihr Vater wird sicherlich noch auftauchen und ich bin gespannt, wer das jetzt sein soll. Nur ihr Kanzler. Ja, ja, es ist auf jeden Fall eine sehr kurze Szene. Das ist auch generell, also es war auch schon in den ersten beiden Folgen eine Kinderkrankheit, jetzt wird es hier ein bisschen besser, aber so diese kurzen, abgehackten Szenen, da habe ich meine Schwierigkeiten mit. Und wie heißt der Typ, wie heißt die Nummer, Farazan? Farazan, ja. Vielleicht kriegen wir innerhalb der nächsten paar Staffeln, kriegen wir dann irgendwann das, dann stößt er die Königin vom Thron und dann, ich ernenne hier mit Numenor zum ersten mittlerdischen Imperium. Oh Gott, ja, wer weiß. Ah ja, nein. Danach gehen wir zu den Haarfüßen. Genau. Was mir optisch sehr gefallen hat, halt, das hatte etwas auch von The Dark Crystal so ein bisschen, wir sehen da, wie die Wagen gestaltet sind, dass sie halt wirklich auch aussehen wie so Grashügel zwischen den hohen Gräsern und so. Ich dachte, ah, das ist clever, das ist wundervoll. Wir sehen da diesen Zug, sie kommen natürlich gar nicht gut voran da hinten, am Ende struggeln, kommen dann aber natürlich, weil ich dachte mir schon, ey, der kann ihnen doch wunderbar helfen. Ja, der Fremde kommt und sagt, Freund, und die anderen nehmen tatsächlich auch die Hilfe an und sie schließen auf mit einer sehr schönen orchestralen Version von Noris Thema. Oh, die ist sehr, sehr schön. Das muss ich sagen, das hat mir wirklich gefallen. Sehr, sehr schönes Musik, ja, und wir sehen eben auch, dass kurz vor ihnen ist da auch Poppy, die halt eben ihr kleines Wiegelchen alleine zieht, um das eben nochmal zu zeigen. Ja, aber es ist insgesamt eine sehr schöne Szene, wo ich dann auch denke, oh Mensch, toll, wie sich das vielleicht dann noch weiterentwickeln könnte. Und erst mal geht es ihnen auf jeden Fall gut, weil ich mag diese Haarfuß-Charaktere einfach sehr gerne. Und dann kommen wir zum Finale, was dann wieder in den Südlanden ist. Und dort haben die Elben wohl so etwas Ähnliches wie ein, also sie haben sich jedenfalls so ein bisschen bereit gemacht, um zu sagen, so, wir rebellieren jetzt. Und setzen diesen Plan in Motion, indem sie erstmal, sehr, sehr, sehr clever, indem sie erstmal halt diese Ruckbewegung mit den Ketten machen und erstmal ein paar Orks ausknocken, das sah sehr schick aus. Und dann gibt es so ein Tauziehen mit den Ketten und den Orks. Arondir hat dann die sehr gute Idee, das ist dann der Shot eben mit der Axt, wo er es dann schafft, einen Teil des Daches einstürzen zu lassen, sodass die Orks erstmal zurückgedrängt werden. Alles ist sehr, sehr, alles sehr, sehr gut. Einer versucht zu entkommen, wird sofort gestreckt. Das war brutal. Das war echt brutal. Einfach, weil es so unfassbar schnell geht auch. Es ist halt sehr, sehr, sehr plötzlich und unmittelbar. Wobei Arondir wirklich mir zu sehr, das muss ich leider sagen, und das weckt bei mir ungute Erinnerungen an Legolas, der wird mir wirklich, insbesondere jetzt, wo man ihn dann auch mal in Action erlebt, der wird mir echt so superheldenmäßig inszeniert. Nein, endlich haben wir die elbischen Fähigkeiten von Hüpfen. Vor allem, das machen die anderen Elben auch. Das stimmt. Die anderen Elben dort machen das auch. Die machen auch entsprechend Salty und so weiter. Ja, aber das wirkt irgendwie albern. Ich weiß nicht. Er ist halt nicht der Einzige, der es macht. Galadriel hat es eben auch schon gemacht. Das wirkt in dem Moment albern, in dem ein Legolas auf die Zwergenköpfe hüppt und irgendwie die im Wasser unterbitten. Ja, das ist genauso albern. In dem Moment wirkt das albern, aber hier fand ich es okay. Sie sind hier noch nicht ganz Spider-Man, wie es dann eben Legolas später wurde. Oh, hör auf, hör auf. Oder am besten eine Super Mario-Nummer da. Auf jeden Fall, auf jeden Fall schaffen sie es halbwegs. Dann jedoch lassen die Orks in Varg frei. Und das ist eine verdammt freakige Erscheinung, die dort auf uns zugetapst kommt. Der sah schon fast niedlich aus. Ja, vor allen Dingen, aber es ist auch eine andere Art von Varg, als wir die bisher gesehen haben, oder? Der war irgendwie viel grotesker in der Art und Weise, wie das Gesicht auch war und die Zähne und so. Also es war auch so ein bisschen Redesign. Hat mir auch ganz gut gefallen. Auch sehr hyänenartig. Ja. Ja, aber auch irgendwie fast so ein bisschen, ich muss sagen, ich fand es irgendwie ein bisschen unfreiwillig komisch, weil ich fand den fast niedlich. Es tut mir leid. Er sah so auf eine eklige Art mutiert aus irgendwie. Ja. Ja, aber das tun die Orks doch auch. Mit diesen etwas zu großen Augen und all dem. Also es ist schon irgendwie eklig. Du weißt, Hund und Herrchen passen das Tier zum passenden Ork. Also ich finde, es passt total gut zusammen. Ja, ich meine, die reiten ja auch auf den, ne? Also das. Ja, wobei das war, glaube ich, eins, der war ja relativ klein. Nee, ja, ja, das war ein junger. Ja, ja. Ja, diese Gruppe scheint auch nur den einen zu haben. Dann schafft er es, ein paar Elben zu zerfleischen, wo ich eben dann eben auch dachte, oh, okay, das, also die halten nicht hinter den Berg. Ja, du siehst hier fast, wie der einem quasi Eingeweide rausreißt hier. Ja. Das ist doch schon. FSK 12. Ja, das übersteigt doch schon ein bisschen die Grenze von dem, was ich so ab 12 erwartet hatte. Aber nein, du siehst hier Elben am Boden liegen und schreien, während er ihnen dort in die Bäuche beißt. Und das ist blutig. Ach und dir schafft es, das Vieh einigermaßen in den Schacht zu halten, während sein Hauptmann flieht. Ach und dir streckt ihn dann auch mit einer Lanze nieder. Allerdings gibt es dann einen sehr schönen Schockmoment, wo dann sein Hauptmann von Pfeilen niedergestreckt wird, weil dort auch Orks am Waldrand lauern. Auch großer, dramatischer Moment, aber sehr, sehr fies gemacht. Ja. Alles insgesamt hohe Schlagzahl. Alles gut gemacht insgesamt. Es ist übersichtlich, es hat Härte. Ach und dir wird gefangen genommen, ist kurz davor, enthauptet zu werden. Ich wollte noch gerade sagen, eins noch, bevor die große Cliffhanger Geschichte noch loskommt. Ironischerweise ist ja, denke ich, auch Absicht, der Baum, den sie hätten fällen sollen, aber dann nicht gefällt haben, wird am Ende ja zur Rettung für Argon dir, der ja durch diese Baumwurzeln erst überhaupt den Wagen mit seiner Kette da irgendwie gefangen halten kann. Also quasi hat der Baum geholfen bei der Befreiung der restlichen Elben. Ich meine, dass es dann nicht erfolgreich war, ist eine andere Geschichte. Aber das fand ich nochmal so einen schönen Touch. Ja, ja, das war eine ganz nette Note. Wie gesagt, ach, ich hab halt, also vor allem, da ist halt auch wieder, und da merkt man dann hier schon jetzt mit dem Regiewechsel deutlich von J.A. Bayona zu diesem Wayne-Shee-Jip, soweit ich weiß, diese Zeitlupen, die kriegen mich wirklich überhaupt nicht. Also nicht nur diese Superhelden-Moves, sondern diese Slowmotion, nee. Hier passt es besser als bei dem Pferd. Ja. Es hat auch so einen Zack Snyder Rhythm-Touch irgendwie. Wirkt sehr überinszeniert und irgendwie zu gewollt, posenhaft und cool. Vor allem dann auch in so einer Szene eigentlich, wo man eher verzweifelt ist und auch ziemlich abgekämpft. Also das hat mich nicht überzeugt, leider. Sorry. Das hatten wir auch, das ist das erste Mal auch, dass wir das erwähnen, was ich nämlich überhaupt sowieso dann ansprechen wollte. Genau, das erste Mal Regiewechsel, Wayne-Jip, von dem werden auch die nächsten drei Folgen noch inszeniert sein. Der ist ein echter TV-Veteran inzwischen. Der hat schon ganz viele Sachen gemacht, unter anderem ein paar Episoden von The Wheel of Time, Happy, Doctor Who und Preacher. Ja, versierter Regisseur. Ja, also der ist definitiv einen großen Hintergrund. Und ja, bevor er dann enthauptet werden kann, sagen sie, nein, bringt ihn zu Ada. Das, wie dann halt sich die Orks da verneigen vor einer Gestalt, die wir noch nicht richtig sehen, hat mich erinnert an die entsprechende Szene aus War for the Planet of the Apes. Nur die geben nicht Pötchen. Ja, ja, aber es hat so einen ähnlichen Look wie am Anfang von War for the Planet of the Apes. Es hat eine ganz ähnliche Umgebung. Und es ist irgendwie ähnlich inszeniert. Und dieser Chor, dieser Chor, anstatt, da musste ich sehr an den dritten Herr der Ringe denken, wo die alle wie auf so einem Konzert, Grond, Grond und hier halt mit Ada. Ja, und wir sehen, dass sich eine Gestalt nähert, die halbwegs Ähnlichkeit hat mit einem Elben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es blurry. Und bevor wir sehen können, was es ist, ist die Folge vorbei. Aber man sieht halt auch, also man sieht ja so die Silhouette und man sieht die Hand und an der Hand trägt er ja auch, was auch immer, ob das Rüstung ist oder aber irgendwie so ein Nackeldaster oder so. Ich weiß es nicht. Nämlich wir haben hier Heilbrand jetzt vorgestellt als jemanden, der anscheinend Anspruch auf eine gewisse Thronfolge hat von den Südlanden. Und ich denke mir, wird der einer der Ringeister. Das ist gut möglich. Also ich weiß nicht, ob er ein Ringeist wird, aber ich weiß auch nicht, ob er darüber geredet hat, aber ich bin mir relativ sicher zu wissen, wer Saurons Mund wird. Ja, ja, gut, das ist ja hier mit dem... Gut, da habt ihr schon drüber geredet, alles klar. Nee, 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 da haben wir noch nicht drüber geredet. Saurons Mund ist ja hier der Sohn von, wie heißt denn jetzt die Heilerin? Genau, genau, relativ eindeutig mit dem Schwert. Hauptsache, er wird zu Saurons Mund und nie wieder Theo genannt. Was man sehr gut zuordnen konnte. Das wäre cool. Oh, aber ob das Saurons Mund wird, das wäre interessant. Aber auf jeden Fall, aber ist nicht Saurons Mund, wird nicht im Buch beschrieben, er ist irgendwie ein Nachfahre der alten Nominora oder irgendetwas anderes. Er ist auf jeden Fall ein Mensch. Also die Ringeister sind, ich wollte gerade sagen, die Ringeister sind doch aber die ursprünglich, also die Ringeister sind ja ursprünglich die Könige. Aus verschiedenen Teilen der Welt. Es gibt nämlich auch ein, ein Haradrim ist nämlich auch einer der Regengeister. Ah, ist auch die Idee. Und die haben halt verschiedene Namen und so weiter. Und ich denke mir halt, es könnte gut sein, dass auf Heilbrand dieses Schicksal wartet, wer weiß. Wobei ich glaube ja, dass Heilbrand eine klassische Redemption-Story kriegt. Ich glaube, am Ende geht das gut aus für ihn. Ja, irgendwie, also die ganzen, ich muss sagen, ich fand diese Vermutung, dass Heilbrand Sauron ist, fand ich irgendwie komisch. Äh, was noch erwähnenswert ist, äh, Ada steht tatsächlich auch schon in der IMDb. Das ist, äh, Joseph Morley. Äh, den kennt man tatsächlich, äh, aus Game of Thrones als Benjen Stark. Also könnte man sagen, er hat es überlebt in Staffel 7 und ist jetzt hier gelandet. Ach, wie witzig. Aber der ist auch wirklich so ein, also, ja gut, Britt-Marie, du weißt es jetzt nicht, immer Benjen Stark ist eine Figur, der wird in Staffel 1 eingeführt, taucht dann bestimmt 6, 7 Jahre nicht mehr auf. Also dann, dann taucht er mal so für ein paar Folgen auf. Und in der 7. Staffel ist er einfach nur eine sehr faule Deus Ex Machina. Ich mag diesen Schauspieler super gerne. Ich bin froh, dass er auch hier dabei ist. Ich mag den auch sehr, sehr gerne. Deshalb fand ich das total schade, dass sie den so, äh, verheizt haben. Aber ich, also er scheint es wirklich zu sein. Im wahrsten Sinne, weil er diese Feuerkette schwingt. Jaja, richtig. Also ich, ich bin gespannt, was sie daraus machen. Ob jetzt, ob der irgendwie ein gefallener Elbe ist und vielleicht dann auch, äh, dahin dann auch ein Verweis, dass die Orks ja, äh, oder dass es vielleicht auch abtrünnige Elben gibt, die sich dann zu Orks entwickelt haben, etc. Äh, das wird man alles noch sehen. Ja, ich dachte, das ist die Origin-Story der Orks, oder? Soweit ich weiß. Die klassische gefallene Engel-Story, die wir ja kennen. Also Orks sind, soweit ich weiß, ja einfach korrumpierte Elben. Ja. Ja, da sind immer mal wieder Widersprüche. Das Problem ist auch, dass Tolkien... Okay, Tolkien hat natürlich ja... Ja, der hat irgendwie... Der widerspricht sich ja mehrfach selber. Der widerspricht sich echt oft. Aber wir sind uns einig, dass Arda wahrscheinlich Sauron ist. Ähm... Dachte ich ursprünglich jedenfalls, das bin ich mir nicht mehr sicher. Aber wir werden es ja sehen, das ist ja eben das Ding, wir werden sehen. Wir werden es sehen, genau. Also es ist... Jetzt sehen wir es halt noch nicht. Also der Name Arda ist tatsächlich... Ich finde ihn raffinierter, als man denken würde. Weil man denkt sich so, ja, ey, sie reden halt die ganze Zeit mal. Oder hin und wieder mal in der Folge fällt mal der Name. Und am Ende sieht man den Typen nicht mehr. Und deshalb heißt jetzt die ganze Folge so. Aber das ist ja irgendwo auch ein Verbindnis-Element. Weil es geht tatsächlich sehr viel um die Väter in dieser Folge. Ne? Ja, und was ich halt nicht weiß ist, das ist das, was ich am Anfang meinte. Und das weiß ich eben nicht, weil da habe ich nicht genug Ahnung von dem Hintergrund. Also vielleicht wisst ihr das oder aber jemand, der es uns zuhört. Also mich, ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie noch wichtig, dass es ein Sindarin-Wort ist. Und eben kein Quenya-Wort. Und die ursprünglichen Eldar, die haben ja Quenya gesprochen, oder? Und die Sindarin-Elfen, Elfen, oh mein Gott, Sindarin-Elben, haben doch... Ja, genau. Sind dann, also ich frage mich gerade, welche Gruppe das war. Also die sind darin etabliert wird. Und ob wir daraus irgendwie schließen könnten, wer vielleicht diese Figur sein könnte. Äh, das sind ja in erster Linie die Noldor, also wirklich die Hoch-Elben. Aber das ist noch dahingehend ein bisschen komplizierter, weil man hat ja nicht nur einen Elben-Elben-Clan. Ja, eben. Die Teleri fallen ja völlig weg hier bisher, aber... Apropos Elben halt, mir ist erst am Ende aufgefallen, Elrond war gar nicht in der Episode. Und, äh, also bei den Zwergen haben wir gar nicht weitergemacht, was wirst wahrscheinlich in der nächsten Welt passieren wird. Ja, wobei ich ja dazu sagen muss, tatsächlich sind die Zwergenfolgen, also die Zwergenteile in der Folge bisher meine Lieblingsteile. Ja, meine waren es halt auch. Ja. Und hier war tatsächlich, meine Lieblingssachen waren hier mit den Orks. Ach, tatsächlich. Ach, ich hätte jetzt gedacht, vielleicht mit den Haarfüßern. Okay. Aber da, äh, da, äh, schippern wir dann auch so langsam mal, ist ja nur jetzt über zwei Stunden, äh, Richtung Fazit. Ja. Britt-Marie, magst du vielleicht als unser Gast mal anfangen? Ich war gut unterhalten. Ich fand für viele der Charaktere, Heilbrand, aber auch Galadriel und insbesondere natürlich auch, äh, für einen Teil der Numenor, äh, Elin, die Liesel, du, etc., gab es eine schöne Entwicklung, was die Charaktere angeht. Äh, wir haben, Charaktere angeht, wir haben ein bisschen Background-Story gekriegt natürlich, aber ich finde auch, viel wurde in den entsprechenden Beziehungen zueinander etabliert. Sowohl Galadriel-Halbrand als auch Galadriel-Elindil und, äh, klar, Elindil und seine Familie sowieso. Ich finde schön, dass er vorkam. Das war auch so eine Überraschung, so, ah, begeistert war ich tatsächlich von der Optik. Ich meine, die Optik begeistert mich sowieso von Anfang an. Aber hier, äh, Numenor und eben alles, die Stadt und alles, was damit zusammenhängt, ganz, ganz toll. Ich bin ein sehr, sehr großer Freund von Kostümdesign, Design an sich, das, äh, und das ist hier natürlich großartig, also Produktionswert. Ganz, ganz, ganz hoch. Ja, ist nicht überraschend bei dem Budget. Ja, schon, aber da macht sich halt auch einer irgendwie Gedanken und, ja, es muss, also, das, ja, das passt einfach irgendwie alles. Genau, also, ich hatte meine Freude an dieser Folge. Es ist, ja, insgesamt finde ich, es geht das alles ein bisschen langsam voran, aber das ist ja was, was mich generell stört und es ist auf jeden Fall schneller als bei The House of Dragon. Oh, okay. Ja, gut, ist halt anderes, anderes Prinzip. Lasse, wie ist es bei dir? Ich finde tatsächlich, sie könnten sich teilweise ein bisschen mehr Zeit nehmen, weil ich habe das Gefühl, manche Entwicklungen gehen ja doch etwas zu schnell. Vielleicht wären ein paar mehr Folgen nötig gewesen, wer weiß. Aber ich bin halt auch einer, der ist sehr gerne in dieser Welt, auch wie die Serie sie eben präsentiert und möchte dann noch ein bisschen länger drin verweilen. So gesehen, ich finde es nach wie vor toll. Ich habe das Gefühl, die allerwichtigsten Charaktere sind jetzt wirklich alle vorgestellt. Dadurch eben, dass jetzt auch bestimmte wichtige Charaktere ja gar nicht hier vorkamen, um denen ein bisschen mehr Raum zu geben. Sehr, sehr angetan von Numenor, all diesem neuen Zeug, was wir gesehen haben. Ich bin nach wie vor voll bei den Charakteren, die uns bisher vorgestellt wurden und bange mit denen mit. Ich fand es toll, wie viel Platz in Orcs hier eingeräumt wurde. Ich mochte eben den brutaleren Ton, den das dort angenommen hat und so weiter und so fort. Ich mochte aber eben auch sehr gerne alles, was mit Numenor zu tun hatte und wie es bei den Haarfüßen weitergeht. Also insgesamt folge ich immer noch allen Plotsträngen und all diesen Figuren sehr gern. Ich habe natürlich gewisse Favoriten, aber es sind immer noch nach wie vor. Also die Produktionswerte sind hoch. Ich bin dabei. Ich bin verzaubert. Ich kann es kaum erwarten, wie es weitergeht und bin voll drin. Ja, bei mir geht es so tröpfchenweise voran. Also ich habe die beiden ersten Folgen letztes Wochenende tatsächlich nochmal gesehen und der Pilot ist für mich echt nur so okay. Okay, die zweite Folge war dann schon ein deutlicher Schritt nach vorne und hier ist es in etwa auf dem gleichen Niveau. Also manches funktioniert für mich. Vor allem Numenor ist halt schon ziemlich toll, weil wir sowas halt noch nie gesehen haben. Vor allem nicht mit diesem Produktionswert. Ich meine, das ist Kino für den Fernseher. Ja, so manche Szenen fand ich aber doch ein bisschen arg holprig geschrieben. Die Haarfüße hätte ich hier persönlich überhaupt nicht gebraucht. Die haben das für mich irgendwie auch ausgebremst. Also die hätte man irgendwie mal, weiß ich nicht, mal eine Folge irgendwie mal auch on hold halten können. Aber ja gut, ich bin generell so ein bisschen, habe ich ja auch schon oft gesagt, ich bin so ein bisschen weniger begeistert davon, dass man jetzt hier unbedingt Hobbits drin haben muss. Und es wirkt hier auch so von wegen, oh, wir müssen in jeder Folge auf jeden Fall die Hobbits drin haben, weil Markenerkennung. Nichtsdestotrotz, schon wirklich gut gemacht. Auch teilweise, also die Figuren kommen jetzt auch schon ein bisschen näher. Wenn es jetzt so weitergeht, aufwärts, dann ist es okay. Also es pendelt sich wirklich bei mir so mehr und mehr auf einem wirklich grundsoliden Niveau ein. Aber so hundertprozentig begeistert bin ich noch nicht oder zumindest nur eher in Teilen. Aber ja, ihr könnt natürlich gerne in die Kommentare schreiben da draußen, wie es euch gefallen hat, was ihr vielleicht für Theorien für den Fortgang habt. Oder vielleicht auch zum Fremden oder zu Sauron oder zu Ada neuerdings auch. Es werden immer mehr, man merkt es schon. Uns macht es, glaube ich, jedenfalls noch relativ viel Spaß bisher. Euch beiden, glaube ich, ein bisschen mehr als mir. Aber die Besprechung hier fand ich sehr schön. Ich hoffe, wir können das vielleicht nochmal wiederholen. Wer weiß. Britt-Marie, herzlichen Dank an dich. Ja, sehr gerne. Es war lustig. Ja, kurz und schmerzlos. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns bis in die nächste Woche. Namah dir. Auf Wiedersehen. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Danke. 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 Danke.